Hallo, ich bin Rakami. Ich sitze hier gerade auf der Leipziger Buchmesse und stelle hier zum ersten Mal den ersten Band meines Werkes Der Flucht des Purpurnen Rauches vor. Und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß bei den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Ja, sass, wie kann los sind? Zatesta Comic Cookies. Das war Griechisch. Und Griechisch ist die Sprache, die sprechen sie hier auf Kreta. Und insofern, liebe Grüße aus Kreta, aus dem Urlaub. Ich sitze hier oft in der Sonne rum und habe mir überlegt, Podcasten ist ja wie Urlaub. Machst du mal eine aktuelle Ausgabe der Comic Cookies zusammen mit meinen lieben Dudes, mit den anderen Cookies. Morgen, Beatstorm. Morgen, Patrick. Chelas. Hi, wir haben es also geschafft. Wir werden kurz vor Erlangen nochmal eine gemeinsame Ausgabe quasi veröffentlichen. Kann sein, dass es ein bisschen roh geschnittener daherkommt als sonst. Aber wir hatten halt richtig Bock, wie das eben so ist. Denn im Alltag redet mit uns armen Nerds leider niemand über Comics. Deswegen müssen wir das hier übers Internet machen und euch das in die Ohren sülzen. Wir haben aber richtig Bock, denn wir sind kurz vor Erlangen 2024. Ein ganz besonderes Jahr voller Highlights. Unter anderem wird es ja auch das Comic Podcast Treffen geben, von dem ich schon in der letzten Ausgabe erzählt habe. Aber es geht auf gar keinen Fall den Fehler, uns nicht auf Social Media zu folgen oder in den Chatgruppen auf Telegram und Signal. Denn genau dort werden wir demnächst eine ganze Menge tolle Dinge posten. Das Programm checkt unbedingt mal online. Es wird noch vieles online kommen, unter anderem auch auf einer Dativstage und so. Es wird einiges sein. Ansonsten glaube ich, haben wir jetzt keine aktuellen Themen, die wir jetzt hier in der Ausgabe besprechen wollen. Richtig, Jungs? Außer, dass der Gratis-Comic-Tag jetzt für Kids war, den ihr alle vermieden habt? Nö. Den ihr alle vermieden habt? Warst du da, Patrick? Ich war da. Es war ganz nett, aber es war eben wirklich eine verhaltene Reaktion, weil alle gesagt haben, Gratis-Comic-Tag für Kids. Und da sollen wohl ein paar wirklich so, was will ich mit den Kinder-Comics? Ich hoffe, die Reaktion, die ich erlebt habe, war nicht repräsentativ für das, was stattgefunden hat bei anderen Comic-Shops. Nur da war die Reaktion verhalten und das Zeug war auch einige Tage danach noch fast vollständig da. Außer Spider-Man, Batman und eben Edefix war so ziemlich alles noch erhältlich. Ja, verstehe. Ist schon schade, denn letztlich ist der Kinder-Comic-Markt auch so ein ziemlich wachsender gerade. Die ganzen Verlage, die da in der Richtung unterwegs sind, wie jetzt Keywords, Reprodukt und so weiter und so weiter, die machen ja richtig dicke Umsätze und ich glaube, da liegt auch ein Stück weit die Zukunft des Comics. Aber ja, es kann schon sein, dass das Umkrempeln einer existierenden Veranstaltung vielleicht nicht der Weg ist, den die Comicszene sich erhofft hat. Wir werden heute über Comics sprechen. Glaubt ihr nicht, ist trotzdem so. Und bei mir werden das zum Beispiel sein, die Strange Adventures, erschienen beim DC Black Label. Band 1 und 2 gibt es bei Panini. Und außerdem möchte ich sprechen über der große Reset von Ika Sperling. Den habe ich auch gelesen, wer zieht erlangt, treffen und freue mich auf die Runde. Patrick, was gibt es bei dir? Ich habe ein Rezensionsexemplar von Second Coming, Band 2. Danke hier schon mal an den Dantes Verlag. Und weil mir heute ein bisschen zu viel Superhelden-Gedöns dabei war, habe ich dann noch Lobo, der letzte Zanianer, also Lobo, der letzte Zanianer von Panini, noch mal gelesen. Und werde den auch vorstellen. Das wird heute jede Menge DC-Action geben. Breedstorm, was hast du mitgebracht? Ja, bei mir ist keine DC-Action, sondern Image. Ich fange an mit der gesamten Reihe The Department of Truth, was bisher vorliegt. Und dann, wie könnte es sein, es muss mal wieder über Spiro geredet werden, Spiro und die blaue Gorgone von Carlson Comics. Ach, fantastisch. Alles klar. Der Spiro-Podcast ist also auch wieder am Start. Ja Mensch, dann wollen wir natürlich am Ende noch die Tookie's Code Authority feiern. Und da haben wir uns einen Comic geschnappt, der allgemein hin als Meisterwerk gilt. Die Rede ist von All-Star-Superman, einer der Geschichten über den Pfadfinder. Und warum das gerade jetzt vielleicht auch eine gute Idee ist, sich den mal genauer anzugucken, diesen Comic, klären wir dann am Ende dieser Ausgabe. Ach, übrigens auch herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinnenden des Gaston-Comics, den wir in der letzten Ausgabe verlust haben. Die Gewinnenden sind gezogen und ist bereits an Carlson weiterkommuniziert. Ihr solltet zeitnah die Comics bekommen. Jo, Patrick, fang du doch mal heute an mit deiner ersten Besprechung. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit letztes Jahr Second Coming Band 1 besprochen. Und wir waren beide jetzt nicht so angetan. Aber ich dachte, Second Coming, komm, gibst du dem eine zweite Chance? Vielleicht ist es ja wie bei einer Serie, dass sich das nach dem Pilot ein bisschen eingefunden hat. Und ja, was soll ich sagen? Und dieses Mal sind mir ein paar mehr Aspekte positiv aufgefallen. Aber trotzdem fand ich die Mischung nach wie vor nicht gut. Also es liegt nicht nur an den Zeichner wechseln, sondern mir ist in dem Band bewusst geworden, dass Sunstar, also unser Superman-Ferschnitt, ist hier relativ in den Hintergrund gerückt. Also er kommt immer wieder vor, rettet ab und zu mal die Welt. Und er erwartet sein erstes Kind. Aber sonst dreht sich dieser Comic- bzw. diese Comic-Reihe sehr, sehr um Jesus. Und dadurch hatte ich so leichte Bibelflair-Vibes. Weil die meisten Zeit sehen wir Jesus. Zu Jesus wird gesagt, ja, hier, du musst jetzt ausziehen. Also aus dieser Superhelden-Wohnung musst du jetzt Jesus ausziehen, weil man das erste Kind erwartet. Jesus zieht dann durch die Gegend, findet so einen komischen Möchtegern-Zuhälter-Verschnitt. Der Freddy Junior heißt, ist so ein CEO von einer Bibelfirma bzw. von einem Bibelferein. Die wollen Jesus jetzt quasi neu vermarkten. Jesus gefällt es nicht. Deswegen versucht er jetzt mit seinen Jüngern zu kommunizieren. Und auch das funktioniert nicht so richtig. Und nebenbei erwartet Zanz da eben sein Kind. Und versucht das alles am Laufen zu halten. Und ein Lex-Lufa-Verschnitt taucht auch noch mal im letzten Drittel auf. Aber ich war nach wie vor ein bisschen ernüchtert. Also diese kritischen Aspekte, ja, Commerz ist böse, lässt sich nicht zu sehr verramschen und sowas. Und es ist nett, aber das haben wir wirklich bei diversen Vertigo-Comics, bei einigen Comics besser gesehen. Es gibt von Robert Kirkman bei Cross-Kite zum Beispiel Battle Pope, der Schlachtenpapst. Ähnliche Szenarien, nur eben mit so einem Superman-Papst-Verschnitt und auch einem Jesus-Verschnitt. Der war mir ein bisschen derber. Und dann haben wir auch verdammt viele Rückblenden auch zu Jesus in die Vergangenheit über die Kreuzzüge. Es geht auf einmal um den Heiligen Daumen. Und dann kommen auch so komische Vergleiche wie, damals war es üblich, dass deine Anhänger dich nach einer Kreuzigung fallen ließen. Und zwar schneller als deine Schlangen mit Herpes. So sinngemäß zitiert. Und ich dachte, irgendwo fehlt noch so das letzte böse Bisschen, um richtig auf die Kacke zu hauen. Ja, es hat feinfühlige Momente. Gott haucht auch noch mal wieder auf. Aber gerade, dass unser Sunstar gar nicht mal so präsent war, fand ich gar nicht mal so gut. Obwohl dieser Einzelgeborene, also sein Kind, das thront am Cover, die Geburt findet erst am Schluss statt. Ähnlich wie beim ersten Cover, da hat man uns versprochen, dass Jesus und Sunstar sich regelmäßig treffen. Die Action mit den beiden war ja da auch überschaubar. Und auch hier ist es so, ja, das Baby, das kommt am Schluss. Passiert in der Hinsicht auch nicht viel, dass jetzt auf diesen anderen Krypton-Planeten, dass da während der Planet untergeht, dann auch noch Verkaufsgespräche geführt wurden von so Bonsen. Also auch Hipsters sind jetzt in dem Comic ganz böse und schlecht. Das wussten wir vorher auch. Fand ich ein bisschen komisch. Das hat sich alles miteinander irgendwie gebissen. Und was mich noch mehr verwundert hat, ist die Altersreiegabe bei der Seite von Dantes Verlag. Empfohlen ab 18 und nichts für bigotte Bibelfedrier. Sorry, ich bleibe da leider wieder bei Preacher und dieses FSK 18. Ich verstehe es nicht, auch wenn die Kreuzigungen teilweise ein bisschen grausam waren. Ja, es tut mir echt leid, das zu sagen. Ich mochte Ansätze, ich mochte Ansätze, aber der Funke ist nach wie vor nicht übergesprungen. Vielleicht werde ich noch den dritten Band von allen dreien noch mal lesen, aber den werde ich nicht mehr als Rezensionsexemplar anfragen, weil ich will jetzt nicht dreimal mit einem Verriss ankommen. Freut sich Dantes wahrscheinlich auch nicht so sehr, beziehungsweise der Josh. Das glaube ich sehr gern. Ist auch immer ein Problem, wenn man die Dinger zerreißt, aber wir sind halt ehrlich bei den Cookies und nur weil Rezensionsexemplare reinkommen und weil wir halt die Jungs von des Verlag mögen, kommt unbedingt auch vorbei bei einem großen Kleinverlagsgipfel in Erlangen, wo die auch mit am Start sein werden. Ändert sich nichts daran, dass wir auch mal sagen, wenn wir Dinge doof finden. Und ja, scheinbar ist es jetzt schon der zweite Band in Folge, der es nicht geschafft hat, uns von der Reihe zu überzeugen. Das ist bedauerlich. Und es ist Band 2 von 3. Es ist Band 2 von 3. Also mit 3 ist die Nummer oder die Storyline zumindest abgeschlossen. Steht auf der Seite. Ich glaube, das ist auch vielleicht gut so, wie es scheint. Ja, also schade, das ist das, was wir versprochen kriegen, nämlich Action mit dem Kind, dass es irgendwie so gar nicht kommt, wie wir uns das vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nach dem ersten Band auch nicht viel mehr erwartet, würde Band 2 auch gar nicht lesen wollen. Danke fürs Update. Auf der anderen Seite, vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir. Mein Humor ist sehr, sehr South Park geprägt. Vielleicht bin ich auch einfach nur komplett verkorkst, dass mir sowas Bibelgetreues da ein bisschen mehr aufstößt. Wenn du mal vergleichst, wie Jesus bei South Park präsentiert wird und wie du hier quasi nochmal seine Leidensgeschichte präsentierst bei Second Coming. Ja, das kannst du als Bibelfan mögen. Ich bin offensichtlich kein Bibelfan, beziehungsweise ich wurde gläubig erzogen. Aber ich bin halt auch schon ewig aus der Kirche ausgetreten. Das sind vielleicht alles Faktoren, die dazukommen. Ja, prima. Alles klar. Dann springen wir am besten weiter und verschwenden keine Zeit. Mit Jesus haben tausende andere Menschen schon viel zu lang gemacht. Lieber Breedstorm, was möchtest du uns heute zuerst vorstellen? Ja, es geht los mit The Department of Truth. Und das ist von dem Kreativteam James Tinian IV., also IV., und Martin Simmons, zumindest die ersten Ausgaben der Zeichner oder die Zeichner variieren nachher im Laufe der Serie. Ich hatte neulich in der Cookies-Telegram-Gruppe oder was, die Signal-Gruppe schon mal einige Bilder gepostet und keiner konnte es zuordnen. Das bestätigt so ein bisschen, dass die Serie vielleicht noch bei vielen unterm Radar ist, weil wir ja eigentlich schon eine ziemlich breite Streuung in den Leuten haben, die da in den Gruppen drin sind. Und auch bei mir war es lange Zeit so, weil ich habe in die Serie reingeguckt und da gab es eine Leseprobe und mir haben die Zeichnungen von Simmons zu Anfang einfach gar nicht so gefallen. Das war ziemlich verwaschen, ziemlich undeutlich teilweise. Das beschreibt natürlich auch Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Und mich hat das optisch erst mal nicht angesprochen. Ich dachte, das ist wahrscheinlich zu verquer irgendwie. Und ich habe dann immer mehr und mehr davon gehört und dachte, ja, muss ich doch mal irgendwann reinlesen. Und wie so oft kam das relativ spät dann bei mir. Denn ich bin erst eingestiegen, als der Sammel-Hardcover, der großformatige Hardcover mit Volume 1 gestartet ist. Das ist ein sehr, sehr guter Preis gewesen. Und ich wusste ja, dieses Kreativ-Team hat es auch Eisner Award, glaube ich, haben die bekommen für Something is Killing Children. Die haben noch weitere Sachen zusammen gemacht. Und ich dachte, naja, ich gebe denen meine Chance, weil eigentlich spricht mich das thematisch total an. Denn das Department of Truth ist ein Ministerium, eine Agentur, die sich darum kümmert, die Wahrheit wiederherzustellen. Weil die Serie geht von der Prämisse aus, wenn genügend Leute etwas glauben, dann wird das Ganze wahr. Also wenn genügend Leute glauben, gucken wir mal bei offiziellen Verschwörungstheorien, dass die Mondlandung nie stattgefunden hat und dass das nur ein sehr berühmter Regisseur gedreht hat, dann wird das irgendwann so. Oder es besteht zumindest die Gefahr, dass das dann irgendwann die Realität ist. Oder nennen wir mal weitere Verschwörungstheorien. Wisst ihr da was? Die hohle Erde zum Beispiel. Ja, die hohle Erde ist schon gut. Aber wir haben ja zum Beispiel... Bei Nazis auf dem Mond... Ganz genau. Oder wir haben natürlich auch die flache Erde. Auch das wird hier thematisiert. Also die Prämisse in dieser Welt ist, wenn genügend Leute daran glauben, dass die Erde flach ist, dann kann es sein, dass die Vergangenheit sich umschreibt und wir plötzlich feststellen, ah ja klar, ist die Erde flach. Und wir wissen es dann hinterher auch nicht mehr. Ganz, ganz viel spielen da schon amerikanische Sachen rein. Das heißt, ich hatte in der Serie manchmal ein bisschen Probleme, Dinge zuzuordnen. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Flughafen in Denver, dass man da glaubt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ohne das jetzt näher auszuführen. Aber da gibt es wohl in Amerika Theorien darüber. So ein bisschen wie bei uns mit dem BER. Es könnte auch sein, dass das alles scheiße gewesen ist, weil da unten drunter ein Satanistenkult ist, der irgendwie Kinder frisst oder sowas. Und so ähnlich ist es mit dem Denver Flughafen auch. Und so sind ganz, ganz viele Theorien und Verschwörungstheorien bekämpft dieses Department. So ein bisschen kann man fast in die Richtung sagen, MIB für Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorien. Denn wie gesagt, wenn zu viele Leute an was glauben, zum Beispiel, dass jemand eine Wahl verschoben hat oder so, dann kann es sein, dass das dann irgendwann die Realität ist. Und wir erleben dieses ganze Konstrukt aus der Sicht von Cole Turner. Der hat nämlich Verschwörungstheorien studiert und wird dann irgendwann angeheuert von dem Department of Truth und soll für die arbeiten. Und die kämpfen dann teilweise sehr gezielt gegen bestimmte Verschwörungstheorien oder Mythen auch. Ich habe ja in die Gruppe reingepostet eine Seite. Da ging es um das Thema Bigfoot. Wenn genügend Leute an Bigfoot glauben, dann kann es sein, dass in bestimmten Bereichen solche Wesen dann auftreten. Ob die real existierend sind oder nicht. Aber es kann zu Sichtungen kommen. Und so geht es mit ganz, ganz vielen Monstern und Mythen. Geht das natürlich auch. Aber gefährlicher wird, die kann man natürlich bekämpfen. Da sind wir so leicht in der Hellboy-Schiene drin, der ja auch immer so das ein oder andere Monster in so Miniserien plätten muss. Sowas gibt es hier tatsächlich dann auch. Aber auch wieder sehr amerikanisch alles. Und der Cole Turner wird da so reingeschmissen. Und ich möchte hier, weil das ist kein großer Spoiler, weil das Ende des Heftes 1 ist klar, wer könnte denn so eine Agentur leiten? Wer wäre da sehr geeignet dafür, so eine Verschwörungstheorien-Agentur zu leiten? Es ist natürlich Lee Harvey Oswald. Donald Trump. Ja, Trump wird später auch noch mit angerissen, das Thema. Aber Lee Harvey Oswald ist natürlich als potenzieller Attentäter von Kennedy prädestiniert, dort zu arbeiten und das ganze Ding auch zu leiten. Also er ist der Chef. Es gibt aber auch noch weitere Leute, die da arbeiten und mit dem Cole zusammen Fälle lösen können. Und jetzt ist es aber nicht so, dass das so ein Monster des Monats Ding ist, wo immer jetzt wird der Bigfoot bekämpft und dann hier das nächste Monster, sondern da geht es tatsächlich richtig um harte Theorien. Und Cole selber hatte als Kind auch ein Erlebnis, nämlich dass er gehört hat, dass bei ihm in der Schule, da gibt es Satanisten unter der Schule und die fressen Kinder. Und er hat da richtig Erinnerungen dran. Und auf dem Cover von dem Sammelband seht er diese Figur immer wieder. Also es ist wichtig, wie es im Horrorcomic so, so ein Monster mit einem Pentagramm im Gesicht, so als Zeichen für den bösen Satanisten, der da die kleinen Kinder frisst oder sowas. Und wenn das gezeichnet wird von Simmons, dann ist das auch nicht lustig. Wenn du sagst so, ja, der frisst bestimmt kleine Kinder, dann denkst du ja, ja, das ist ein Gag oder so. Aber er kann das dann schon so darstellen, dass es gar nicht geckig aussieht. Und das ist dann schon sehr, sehr bedrückend. Und das ist auch so, sind die Punkte gewesen, wo ich mich dann mit dem Stil von Simmons so ein bisschen versöhnt habe. Der ist tatsächlich sehr, sehr verwaschen, sehr viel mit Schatten teilweise. Ich habe so ein bisschen Vibes von 30 Days of Night, wo ich am Anfang auch ein bisschen brauchte, reinzukommen. Und wo, je mehr ich davon gesehen habe, mich daran gewöhnt habe, wie der Stil halt ist und warum der auch so ist, das wird dann auch ein bisschen klarer, dass ich mich mit dem ja anfreunden kann. Und so ist es mit Simmons auch. Wird sehr deutlich bei Gastzeichnern, die zum Beispiel bei der Bigfoot-Episode oder es gibt noch weitere Episoden, die ein bestimmtes Thema haben, die einfach dann von anderen Zeichnern gemacht wurden, was ich richtig geil finde, weil das dann die Sichtweisen von anderen Menschen darauf finden, wo sich teilweise so Kinderzeichnungen auch finden. Und es ist einfach sehr, sehr gut gelöst, wie sie das hier gemacht haben. Der Patrick hat ja neulich auch schon gepostet, es geht weiter. Ich habe nämlich als nächstes dann den, also der Sammelband enthält quasi die 1 bis 17 Department of Truth. Und ich habe dann weitergelesen, einfach bei Splitter. Da ist nämlich der vierte Sammelband, mit dem es dann regulär weitergehen würde, auch auf Deutsch erschienen. Und ich habe schon festgestellt beim Lesen des englischen Bandes, dass es gerade, wenn man die amerikanischen Mythen nicht so genau kennt, vielleicht doch eine große Hilfe gewesen wäre, ich hätte das auf Deutsch alles gelesen. Also Tipp, wenn ihr natürlich Englisch-Asse seid und euch super auskennt mit jeder Verschwörungstheorie in Amerika, ja, dann kann man den US-Band auch lesen. Aber ich glaube, um es richtig zu genießen, ist da die Übersetzung, wie ich sie auch im Band 4 habe, ein wirklich gutes Ding, Freunde. Ja, es ist spannend, dass du das vorstellst, weil der vierte Sammelband, der ist jetzt ja auch schon aus dem Juni letzten Jahres in Deutschland erschienen. Das heißt, ein Band 5 ist eigentlich längst überfällig. Also, wie weit geht es denn gerade in den Staaten? Wie ist denn da die aktuelle Issue? Ja, Patrick hat es ja gepostet, das geht weiter. Das nächste Volume kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass der James Tinian IV da einfach zu viel macht mit Something is killing the children. Ist einfach mega beschäftigt, oder? Der hat ja auch dieses Korinther-Spin-off von Sandman mitbetreut. Also, er ist wirklich sehr, sehr umtriebig. Vielleicht liegt es wirklich so an den Terminen, dass er aktuell gefragt hat, der nie ist und richtig ausgebucht ist. Ich bin auch absolut der Ansicht, dass ich jetzt endlich auch mal Something is killing the children lesen muss. Such jetzt da noch den Einstieg oder muss ich da auch wieder zum Sammelband greifen? Ich weiß es noch nicht, aber ich habe richtig Bock, weil da geht es ja auch sehr viel um Monster und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn da die Handlung vielleicht nicht so verworren ist, wie sie hier in Department of Truth ist, weil die arbeiten schon ganz viel mit was, wenn und dann wird die Realität wieder so ein bisschen überschrieben und so weiter, dann könnte ich mir das richtig gut vorstellen und da habe ich echt Bock drauf. Das ist bei Weitem nicht so verworren, das kann ich dir jetzt schon sagen. Sehr gut. Würdest du denn sagen, lieber Breedstorm, dass die Serie spannend ist? Das klingt ja alles so nach Thriller, Krimi, Mystery. Ist es spannend, das zu lesen oder einfach nur interessant? Also ich habe zu den Hauptfiguren habe ich nicht so den richtig großen Identifikationsfaktor, weil das relativ blass bleibt. Wir wissen, der Cole Turner, der ist verheiratet, der Ehemann, der kommt auch irgendwann in die Handlung mit rein, weil das lässt den Cole natürlich nicht kalt, aber so richtig tief geht das nicht, auch wenn Teile von seiner Kindheit beschrieben werden. Aber ich mag dieses Spiel mit den verschiedenen Verschwörungstheorien und einfach die Welt, die das aufmacht, die das möglich ist. Also wo alles möglich ist, wenn nur genügend Leute dran glauben. Und das ist ja natürlich auch sehr symbolisch. Also wir wissen ja auch, in Social Media wird momentan auch so ein bisschen entschieden, was ist eigentlich die Realität? Wenn du in deiner Blase bist zum Beispiel, dann glaubst du, die Welt ist halt genauso, wie das in deiner Blase ist und nichts anderes. Und wenn du da so ein bisschen rauskommst, stellst du aber fest, ja, also es gibt vielleicht andere Ansichten oder Dinge, die ich in meiner Blase vielleicht noch gar nicht gehört habe. Und auch da wird ja ganz massiv dran gearbeitet, wer hat die Deutungshoheit? Also wer erklärt die Welt so, dass die Mehrheit der Menschheit dann zum Beispiel geneigt ist, die zu wählen? Trump hast du ja zum Beispiel als wahrscheinlich bekanntestes Beispiel schon da aufgebracht, dass er einfach sagt, ja, das ist einfach Wahlbetrug. Und deswegen glauben ganz, ganz viele Amerikaner, dass eigentlich er hätte gewählt werden müssen und zwar alles Betrug. Nur wenn es nur genug viele glauben, dann wird es halt die Realität. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Sachen auch so. Der Lee Harvey Oswald, der ist im Prinzip, der hat sich selbst, glaube ich, als Patsy, also als Sündenbock bezeichnet in der JFK-Sache. Und wenn es genug Leute glauben, dann wird das halt auch wahr. Und dieses Spiel damit, das ist gleichzeitig verwirrend, aber für mich auch komplett faszinierend. Das ist sehr interessant. Vielen Dank, dass du uns das vorstellst. Ich habe da schon seit längerem Bock drauf. Es ist schon länger auf meiner Liste und ich habe da, wie gesagt, Interesse, mir das anzugucken. Allein schon auch, weil es grafisch, denke ich, eine gewisse Herausforderung darstellt, was ja, denke ich, auch viele Möglichkeiten gibt, so ein bisschen diese Mystery-Aspekte auch über das Grafische zu transportieren. Ich habe Bock. Hast du es zufällig gelesen, Patrick? Ich habe es auf meinen Pile of Shame, also noch nicht gelesen. Ich habe reingeblättert. Und wenn ich Breedstorm jetzt glauben kann, dann transportiert das Artwork deutlich mehr Stimmung als die Charaktere an sich. Das glaube ich, weil ich kenne eben Something is Killing the Children. Und da war für mich auch das Artwork das herausragende. Und die Story an sich, die war okay, die war nett. Und ich mag James Thynions Art zu schreiben. Der hat gewisse Sachen, bringt der richtig gut rüber. Der hat eine gewisse Atmosphäre. Nur könnte er ein bisschen mehr in Charakterpacing investieren. Das ist immer so mein großer Kritikpunkt, auch bei ihm. Also ja, ich freue mich darauf, dass die Tage oder übernächste Woche zu lesen, wenn Erlang dann überlebt ist. Sehr schön. Dann möchte ich weitermachen mit einem Comic. Kurze Erklärung. Ich habe heute auch quasi zwei mehr oder weniger eher aktuelle Comics dabei, weil wir ja in der Cookies Code Authority schon einen Klassiker besprechen. Das heißt, heute kein Klassiker im eigentlichen Sinne von mir. Und weil wir es gerade von Verschwörungstheorien haben, möchte ich beginnen mit der große Reset von Ika Sperling. Ist erschienen jetzt hier im Mai 24 bei Reprodukt. Und aktuell zum Beispiel auch für den Max und Moritz Preis nominiert. Das Ding war auch nominiert für die, also sie war Mitfinalistin des Comicbuchpreises der Berthold Liebinger Stiftung. Da bin ich gerade ein bisschen überfordert, ob sie das auch gewonnen hat oder eben nicht. Und sie war auch schon bei irgendeinem anderen Preis, hatte ich irgendwo rausgefischt, ganz vorne mit dabei. Also kurzum genau, Hamburger Literaturpreis, damit ist auch schon ausgezeichnet worden. Scheint also gar nicht mal so schlecht zu sein, was die Ika hier gemacht hat. Sie selbst ist 96 in Mainz geboren, hat in Hamburg studiert, unter anderem auch bei der Anke Feuchtenberger und hat hier mit der große Reset ja was gebracht, was tatsächlich sehr aktuell auch ist, weil es sich mit im weitesten Sinne, naja, gar nicht mal den Verschwörungstheorien selbst, sondern vielmehr mit diesen Menschen, die halt in dieses Rabbit Hole hineinfallen, mit denen beschäftigt. Die Ausgangssituation ist letztlich folgende. Wir haben unsere Protagonistin, ich weiß gar nicht, ob sie einen Namen hat, aber das ist eigentlich auch völlig egal. Nennen wir sie mal Ika selbst. Es könnte also tatsächlich eine Art biografischer Aspekt sein, aber das will ich jetzt erstmal zurückstellen. Sie, genau, doch, doch, sie Ika nennen, ist es Ika selbst. Also die Protagonistin selbst heißt auch Ika. Ika kommt nach Hause. Ika studiert nämlich ganz weit draußen in der großen Stadt und kommt aber ursprünglich aus der Provinz. Sie ist jetzt wieder im heimischen Haus. Im heimischen Haus leben Mutter, Vater und große Schwester. Die große Schwester ist, ja, die große Schwester. Sie hat sie ganz gern, ist leider gerade arbeitslos, aber mit der verbringt sie gern Zeit. Und wir merken recht schnell, zwischen den Eltern stimmt irgendwas nicht mehr so ganz. Die leben einen getrennten Alltag, was vor allem daran liegt, dass in der Familie generell keiner mehr so richtig miteinander spricht. Ausschlaggebender Faktor dafür scheint zu sein, dass Ikas Vater sich komplett in dieser Verschwörungstheorie-Welt, ja, wenn man so will, er geht, darin aufgegangen ist und seinen Aus-, also seinen Wegzug aus Deutschland plant. Er will sein Haus verkaufen, er will sich scheiden lassen, er will, wenn hier mal irgendwie alles untergeht, schon lange weg sein. Und er hofft eben auch, dass alle anderen das bald erkennen werden und ihm quasi folgen. Das Ganze ist so immer so halb begründet. Wir sehen ihn dann auch viele Stunden auch nachts, auch einschlafend, dann vorm Rechner sitzen. Er schält sich sein Würstchen und guckt Dinge im Internet an. Hat also die wahrscheinlich besten Quellen, die man so finden kann. Und diese, wenn man so will, dieses Rabbit Hole, diese Informationsflut, an, sagen wir mal, umstrittene Informationen, die sorgt dafür, dass der Vater sich von dem Rest der Familie und die Familie selbst aber auch ein Stück weit von ihm distanziert. Die Ica macht hier nicht den Fehler, das großartig zu bewerten. Alles, was ihr jetzt an bewertenden Anteilen von meiner Analyse der Story bekommen habt, ist letztlich was, das interpretiere ich da rein. Ich habe den Eindruck, dass insgesamt sie hier zwar schon sagt, dass dieser Wechsel der, wenn man so will, Realitäten, der zumindest beim Vater stattgefunden hat, dass der einen negativen Einfluss auf die Familie hat. Aber sie sagt nicht, dass er falsch liegt oder dass er einen Dorn quasi reintritt in die Familie, einen Pfahl, sondern einfach nur, dass es sich radikal geändert hat und deswegen die Familie nicht mehr so ist wie früher. Sie selbst ist, wie gesagt, viele Kilometer weg in der großen Stadt, studiert dort und hat da gar nicht mehr so dieses Alltägliche auf dem Schirm. Das lässt sie sich wiederum selbst von der Schwester so ein Stück weit erzählen, die aber auch keinen Bock mehr hat, ständig von ihrem verrückt gewordenen Vater zu erzählen. Jetzt können wir noch weiter ausholen, in welche Richtung das geht, aber die Kurzfassung ist, dass wir natürlich trotzdem ein Stück weit auch einen Familienalltag haben. Der Vater ist ja trotzdem weiterhin ihr Vater und er liebt sie. Wenn es beispielsweise darum geht, dass wir in Kindheitstagen aus Apfelstückchen, aus Apfelscheiben kleine Tiere geschnitzt werden wollen, die dann der Ika gereicht werden, damit sie diese kleinen süßen Apfelstückchen, Tierchen da essen kann, dann ist es immer noch so ein Ding aus der Kindheit, das ist immer noch irgendwie süß und immer noch ist es ihr Papa, der ihr das schnitzt. Aber der Papa, der lebt jetzt in einer anderen Realität und das ist ein Problem, gerade weil die Ehre der Eltern eben auch belastet ist und da eine Scheidung quasi nicht nur im Raum steht, sondern letztlich trennen die sich, das ist klar. So, jetzt ist das Besondere an der Sache unter anderem, wie der Vater dargestellt wird, denn wenn ihr durch die Leseprobe klickt, der Vater selbst kommt so ein bisschen daher wie so eine Amöbe und das habe ich so, auch es steht ja überall im Netz, dass es wie eine Amöbe wäre, er ist also, wenn man so will, eigentlich nur so eine Art Quallenwesen mit zwei Armen, zwei Beinen und einem Kopf und er ist so zur Hälfte mit irgendwie, nennen wir es mal Wasser gefüllt. Er hat ein Gesicht angedeutetes und ansonsten ist er integriert in die Handlung, wie viele Figuren in die Handlung halt so integriert sind und er macht halt Dinge. Er fährt Auto, er isst, er trinkt, er unterhält sich in Runden, aber er sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Mensch, wie alle anderen Figuren das nämlich tun. Und ich habe mich lange gefragt, was will sie uns damit eigentlich sagen? Ist er eine Art mit Wasser gefülltes Quallenwesen und so? Und er ist auch nur so halb voll beziehungsweise halb leer, das ist ja auch immer so eine Frage, wie man das Glas halt so sieht. Und ich habe jetzt den Eindruck, weil wir am Ende des Buches, da nehme ich ein bisschen was vorweg, den Moment haben, wo quasi Wasser in der Hand von Ika zerrinnt. Sie wäscht sich irgendwie die Hände oder das Gesicht oder so und das Wasser rinnt ihr so aus den Händen und dass wir quasi hier sehen, wie viel Anteil vom Vater Ika in ihrem eigenen Vater noch wiedererkennt. Und das ist halt maximal noch die Hälfte. Und vielleicht ist das damit gemeint. Also ich bin sehr gespannt, was sie von diesem Interpretationsansatz sieht oder wie sie das letztlich auch gemeint hat. Dann werde ich sie im Interview genaueres fragen. Aber da, liebes Publikum, würde mich auch mal sehr interessieren, was ihr meint, wenn ihr den großen Reset von Reprodukt gelesen habt. Das Ganze ist hübsch. Es kommt in einem hübschen, bunten, hellen, ansprechenden Stil daher. Es hat expressive Momente, wo wir halt gerade so Gesichtsausdrücke sehen, gerade von unserer Figur Ika. Das ist schon ganz cool. Oder wenn man im Auto sitzt und von links und rechts die Flaschen rollen. Ein Hund, der auch nur in Teilen als Hund, als solcher überhaupt zu erkennen ist. Aber es ist alles ganz putzig. Es wird irgendeine Art Wasserfarben-Optik sein. Ich kann nicht genau sagen, wie das entstanden ist. Aber an Wasserfarben erinnert es mich auf jeden Fall. Und Wasser ist ja letztlich auch so ein Stück weit ein dominierendes Element der ganzen Stilistik und der Designs. Insofern wird das schon irgendwie in die Richtung auch gehen. Es ist ein wildes Haus, ein buntes Haus. Es ist ein Haus, wo jeder für sich vor sich hin lebt. Und es geht letztlich, glaube ich, auch ein Stück weit einfach um Abschied nehmen. Was Ika hier nicht macht, ist, es irgendwelche Antworten zu liefern. Sie präsentiert uns eine Situation, die ist halt wie folgt, so wie ich sie geschildert habe. Und sie sagt zu keinem Zeitpunkt, wer jetzt hier im Recht ist oder im Unrecht ist. Keiner versucht wirklich in irgendeiner Form hier mal ein fachliches, inhaltliches Gespräch mit dem Vater zu führen. Das wird viele Gründe haben. Ich habe im Alltag immer mal versucht, auch mit einem Bekannten- und Freundeskreis VerschwörungstheoretikerInnen von einfach mal zuzuhören und mit denen mal über Logik zu reden und so. Was in vielen Fällen einfach nicht fruchtbar ist, weil die ganz oft ja zum Beispiel in den Themen springen. Sobald sie das Gefühl haben, man hätte ein Gegenargument zu dem, was sie sagen, begründen sie ja ihre Meinung mit zwei anderen Dingen, die sie irgendwo anders gelesen haben und fühlen sich dann weiterhin im Recht. Und so wird das hier vermutlich auch ein bisschen sein, nur dass hier die Konstellation hinzukommt, dass der eigene Vater halt so abdriftet. Ich persönlich selbst habe einen Onkel, der in die Richtung geht. Ich habe den Kontakt einfach abgebrochen, was jetzt kein großes Problem war, weil der Kontakt eh nicht so ausgebaut war. Aber das ist immer so ein bisschen so ein Ding. Diese Menschen leben dann in ihren eigenen Blasen, so wie wir das natürlich alle irgendwie tun. Und ob es nach diesem Comic, nach dieser Geschichte, die wir hier lesen, irgendeiner Person, einer Figur besser oder schlechter geht als vorher, das können wir nicht sagen. Diese Antworten, die will uns die Ika Sperling auch gar nicht geben. Sie deutet an, dass der Vater schon mehrfach Anläufe genommen hat, das Land zu verlassen und auszuwandern quasi, mit welchem Geld auch immer, wohin auch immer. Und die emotionale Belastung der Figuren wird sehr deutlich. Und gerade Mimik, finde ich, gelingt hier über weite Strecken sehr gut. Aber die wirklichen Zusammenhänge und gerade so, was genau lese ich hier eigentlich? Und warum ist der Vater so dargestellt, wie er dargestellt ist? Ich denke, da gibt es viel Interpretationsspielraum und das spricht unter Umständen auch nicht das volle Publikum an. Nicht jede lesende Person wird da jetzt so richtig viel Bock drauf haben. Und ja, wir kriegen eine Situation geschildert. Ich will nicht wieder irgendwelche Milieustudie sagen, aber es würde schon noch irgendwie passen. Und wie ihr das Ganze interpretiert, liebes Publikum, das würde mich doch sehr interessieren. Jo, Patrick, da geht es um Verschwörungstheorien. Hast du Bock? Mal wieder um Verschwörungstheorien. Ich mag diese aquarellige Optik. Also ja, ich würde es als aquarellig bezeichnen. Und es hat wirklich interessante Ansätze. Vielleicht in Erlangen bei einer Signierstunde sogar noch eher. Weil wo willst du was besser an den Mann bringen beziehungsweise an den Kunden? Als wenn du vor Ort bist. Na, ich bin vorsichtig interessiert. Auch wenn es nicht zu 100% mein Thema ist. Hm, das sieht schon sehr nett aus. Der Breedsom hat schon genug zu Verschwörungstheorien gesagt. Den werde ich jetzt nicht noch mal drauf anhauen, ob er Bock auf den Graphic Novel von Reprodukt hat. Okay, cool. Dann gehen wir in die zweite Runde weiter. Und besprechen jetzt die letztlich zweiten Comics, die wir vorbereitet haben. Vorhin hat der Patrick angefangen. Dann darf er jetzt gern auch wieder loslegen. Also ich habe hier einen Comic von Panini, Lobo, der letzte Zahnjahner. Ich weiß, dass der damals auch in zwei Hardcovern rausgekommen ist, bei einem anderen Verlörg. Ich habe mir dann letztendlich, obwohl ich die erste Hardcover-Ausgabe hatte, die Panini-Version gegönnt, weil das billiger kam als der zweite Hardcover-Band. Es wurde von Keith Given, Alan Grant und Simon Bisley entworfen, beziehungsweise die Cover sind von Simon Bisley. Keith Given hat die Zeichnung gemacht und Alan Grant hat anscheinend nur die Dialoge oder die Story geschrieben. Weil hier steht Dialoge und Story. Seltsame Rollenverteilung hier. Auf jeden Fall, der letzte Zahnjahner dreht sich darum, dass Lobo mal von Real Dogs von Legion, der eine oder andere mag diese Einheit noch kennen, wurde da reingelegt beziehungsweise überrumpelt und Lobos Ehrenkodex sagt aus, dass er dann eben auf diese Person hören muss beziehungsweise dass er dernächst antun darf und Real Dogs gibt ihnen jetzt den Auftrag, eine gewisse Person zu eskortieren. Die muss am Leben bleiben. Wird nur sehr, sehr schwer, weil es ist die letzte Zahnjahnerin, es ist Lobos Lehrerin. Die hat eine Biografie über ihn geschrieben und jeder, der Lobo nicht kennt, muss dazu wissen, Lobo ist so eine Art Anti-Superman. Er hat seinen eigenen Planeten komplett ausgerottet. Er hat sogar seine Hebammen bei der Geburt umgebracht. Das ist ein sehr, sehr abgefuckter, grummeliger Kopfgeldjäger mit einem Fleischerhacken, der alles umbringt, was ihn auch nur ansatzweise abfuckt. Und durch diese Lehrerin, die wird er natürlich jetzt am liebsten umbringen, aber durch seinen Ehrenkodex muss er die jetzt eben beschützen und durch den Weltraum eskortieren. Hinzu kommt, dass diese Lehrerin sich selber nicht wirklich beliebt macht. Überall, wo sie ankommt, in diesen Weltraumkneipen, verbessert die jeden Menschen. Also nicht nur Lobo wird sie am liebsten umbringen, die halbe Galaxis würde diese alte Lehrerin am liebsten umbringen. Und es ist von Real Dogs auch irgendwie so gewollt, dass Lobo und diese letzte Zahnjahnerin so Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil irgendwie hat er was damit vor, er will ich nicht andeuten. Und aufgelockert wird das Ganze immer wieder durch diese Autobiografie, der letzte Zahnjahner, beziehungsweise Porträt eines Psychopathen heißt es hier, Biografie über Lobo, wo das dafür gesorgt hat, dass ich dachte, okay, den kann ich hier gut vorstellen. Wir haben hier noch nie oder so gut wie nie über Lobo geredet. Durch diese autobiografischen Einschübe bekommen auch Personen, die noch nie was mit ihm zu tun haben, immer wieder mal spärliche Infofetzen. Also Lobos, zehn Schwächen, solche Sachen. Ein Zeugnis von Lobo. Ach, zehn Fakten über Lobo. Ein paar Zeugnisse, ein paar Interviews von Real Dogs, wie er ihnen reingelegt hat. Also Lobo wird hier ganz gut vorgestellt. Ich war nur am Schluss ein bisschen vom Finale enttäuscht, weil alles hat sich auf ein mächtiges Massaker angedeutet und jeder, der Lobo kennt, weiß, der Typ metzelt gnadenlos und in der Hinsicht wird man im Finale vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil das Ende ein bisschen antiklimaktisch fast schon daherkommt. Aber bis dahin ist es auch ein schöner Einstiegsband für Lobo-Fans beziehungsweise für Neulinge, für Lobo-Fans. Es hat eine sehr, sehr, wie kann man es nennen, geerdete Optik trotz des ganzen Weltraums. Also irgendwie hat mich die Farbgebung an alte Konstantin-Comics erinnert, die jeder, der Lobo noch nie gelesen hat, wird damit gut vorgestellt. Bin mal gespannt, ob der unter James Gunn mal eine große Rolle spielen wird, weil der würde sich doch anbieten als perfekter Antagonist für einen Superman-Kampf, auch wenn es unter James Gunn erstmal Lex Lufa sein wird, das hat er ja schon selber gesagt. Ja, aber das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt, der mir einfällt, wenn es um Lobo geht, denn ganz ehrlich, diese ganzen alten Lobo-Sachen, ich kann es nicht sehen, ey, das war so anstrengend. Ich habe damals versucht, bei Panini die Reprints zu lesen, die vor einigen Jahren kamen, ich habe es nicht hingekriegt, das ist mir einfach, es ist nicht lesbar, meines Erachtens. Es ist auch cool für alle Fans, dass es mal wieder gesammelt rauskam, aber ich finde gerade den ganzen alten Lobo-Quatsch unfassbar anstrengend. Die Neuinterpretationen kamen ja auch nicht so gut an bei alten Fans, insofern ist es eine Figur, die mich so ein bisschen interessiert und ein bisschen auch irgendwie nicht. Jetzt sprichst du ja die potenzielle Verfilmung an, es gab verschiedene Namen, die da auch die Figur spielen sollen und auch Orts des Superman, die wir am Ende übersprechen wollen, soll ja ein Stück weit eine Vorlage sein für kommende Filme. Ja, da frage ich mich schon, wäre denn jetzt hier Lobo, der letzte Char-Niana, wäre das eine potenzielle Vorlage für einen Film? Ich würde sogar Lobo, Maske oder Himmel und Hölle eher verfilmen, weil da hast du einen Lobo, der sich durch Himmel und Hölle metzelt oder bei Lobo Maske, das ist eins der abgedrehtesten Crossover, da kannst du schön das Hirn ausschalten, es wird kartonig gemetzelt und trotzdem kriegst du diesen Charakter irgendwie vorgestellt, aber Herrgott, es ist ein Typ, der sieht aus, als wäre er vom Kiss entsprungen hat, so ein bisschen so Deadpool, nur ein deutlich aggressiver. Was willst du, an einem stumpfen Kopfgeldjäger, der angeblich eine Sendeplatte beziehungsweise einen Mikrochip hat, der in die ganze Zeit Metal auf die Ohren sendet? Wie komplex willst du so einen Charakter gestalten? Man hat es bei der Krypton-Serie versucht, da war er mir ein bisschen zu verweichlicht, man hat ihn auch immer wieder in DC-Animated-Filmen immer wieder versucht, näher zu bringen. Wenn du den versuchen willst zu verfilmen, dann muss auch ein gewisser Härtegrad dabei sein und da schrecken dann die meisten zurück, dass sie dann den Schritt auf FSK 18 gehen, das bezweifle ich und davon hängt irgendwo auch der Erfolg beziehungsweise vielleicht sogar der Misserfolg ab, würde ich sogar sagen. Ja, ich kann es verstehen, dass das für dich ein bisschen zu altbacken aussieht, deswegen habe ich betont, dass die Farbpalette ein bisschen geerdeter aussieht beziehungsweise es ist nicht ganz unseren verwöhnten Gewohnheiten entsprechend. Ja, das Aussehen ist gar nicht mein Thema, das tatsächlich ist, bin ich ja wirklich extrem offen, was Artworks angeht, es ist wirklich oftmals das Erzählen, ja, also dieses lauter Rumgeplärre von Präsi ist mir scheißegal, es ist anstrengend, es ist unangemessen, es ist auch nicht Metal, mal ernsthaft, du und ich, wir gehen seit Jahren in der Szene ein und aus und der Typ ist, wenn überhaupt, nur eine Teilfacette von Metal und vor allem auch eine, die ich tatsächlich gerne mal vermeide. Also klar, Festivals pullen, drumlaufen ist ganz cool, aber das kann noch nicht alles sein und ich finde die Figur, auch wenn sie simpel sein soll, eine Mischung aus zu langweilig und zu anstrengend und sorry, dass, ich hab noch keinen Comic gelesen von Lobo mit Lobo, der da in irgendeine andere Richtung gegangen ist, das ist schade. Ja, aber ich verstehe den Metal-Vergleich, den du meinst, das ist so, als würdest du Metal auf die lauten Wacke. Ja, genau, Metal ist eher als Lobo auf jeden Fall, ja. Ja, ich sage nur vom äußeren Erscheinungsbild ist es halt so dieser typische Kuttenträger, daher mal ein Metal-Vergleich, aber natürlich, manchmal ist er ein bisschen zu laut, aber deswegen sage ich Himmel und Hölle oder Lobo Maske oder eben der Komplett, die halten sich dann noch ein bisschen zurück. Ich hab auch diese alten Panini, diese monatlichen Heftchen gelesen, die mochte ich auch, da war es auch ein bisschen zurückgefahren mit dem Rumgebrülle. Also zur Not schreib mich mal an, dann gucke ich mal, ob es ein paar ruhigere gibt. Ich lese zum Beispiel auch jedes Jahr zu Weihnachten Lobo paramilitärische Weihnachten. Das ist bei mir so ein Ritual geworden. Das mag ich, weil ich bin Weihnachtshasser, so einfach ist es. Die Frage zu Lobo, die musst du dir jetzt trotzdem noch gefallen lassen. Das ist eine Figur, die gibt es ja auch schon echt ewig und sie steht für Metal und beides sind Dinge, die ich auch mit dir in Verbindung bringe, dass es dich schon ewig gibt und dass du auf Metal stehst. Erzähl mal, wie ist denn deine Verbindung zu Lobo? Kennst du vielleicht sogar hier diesen Comic? Ich habe eigentlich alles gelesen, was Dino damals gebracht hat, nicht gleich als es rauskam, aber habe ich mir dann im Paket geholt und zu der damaligen Zeit fühlte ich mich da sehr gut unterhalten, weil ich da auch nicht viele Erwartungen drin hatte. Es ist halt Massaker mit Spaß und das hat es mir auch irgendwie gegeben. Ich beziehe das auch nicht so richtig auf Metal, dass ich mich sehr verletzend finde. Ich finde, heute haben wir richtig viele potenzielle Folgentitel am Start. Bin sehr gespannt. Ich fand das damals genau wie zum Beispiel ein Hitman oder sowas. Das ist jetzt auch keine Serie, die sich da mega ernst nimmt, sondern da geht es halt wirklich auch nur darum, dass man da so ein bisschen im Besandkasten Spaß hat, indem er sehr, sehr viel einfach auch zerschlägt. Und deswegen sind, ich weiß nicht, wie ich das heute rum wieder aufnehmen würde, wenn ich nochmal lesen würde, aber damals fühlte ich mich in der damaligen Zeit gut unterhalten. Aber das ist halt mit vielen Sachen so, so die alten Image-Comics, die haben halt auch in der Zeit funktioniert, als Image rauskam und dann sehr viel auf Optik gelegt wurde und man das wirklich gefeiert hat. Aber jetzt, wo man einfach weiß, dass da noch viel mehr geht und das ein bisschen Handlung auch wünschenswert wäre, sieht man das nachträglich natürlich auch immer ein bisschen anders. Und das wäre ein interessantes Experiment, ob ich das nochmal gut finde. Ich würde sagen, irgendwo ist es auch was für Splatter-Fans, weil er metzelt wirklich viel mit seinem Fleischerhaken. Ich verstehe eure Kritikpunkte. Schön. Dann ist der Moment gekommen. Lieber Breedstorm, dein zweiter Comic für heute. Endlich mal, also nicht Gaston, sondern Spirou. Hey! Spirou! Ich bin mal gespannt, wie du schaffst, mir das spannend zu präsentieren. Viel Erfolg! Also spannend, also ich will dich natürlich zuallererst am Preis kriegen, Preis-Leistungs-Andi, musst du einfach einzahlen, denn Spirou und die blaue Gorgone hat wirklich 90 Comics-Seiten für sage und schreibe 14 Euro und das ist heutzutage ein richtig, richtig guter Kurs und natürlich alles auch bunt und in Farbe. Und das Ganze gezeichnet hat der gute Danny oder Danny, der ja vielen in der franco-belgischen Szene im Begriff ist, nicht als klassischer Spirou-Zeichner, er hat alles mögliche schon gezeichnet und der fällt immer so ein bisschen natürlich auch auf, weil er ganz gern so leicht bekleidete, cartoonige Mädels zeichnet. Das ist so sein Ding. Da gibt es ganze Bände davon, die nur davon handeln und wenn wir diesen Band aufschlagen, geht es auch direkt auf den ersten paar Seiten los. Da läuft eine Strandschönheit im Bikini am Strand entlang und erlebt Dinge und also man denkt zuerst, hä, was hat das jetzt eigentlich gerade hier alles mit Spirou zu tun? Also schön, wenn du das irgendwie gut findest hier mit den Bikinis, aber ein bisschen schräg ist es jetzt halt schon. Stellt sich aber raus, dass das Ganze ist eine Filmaufnahme und die leicht bekleidete Dame wird entführt, nämlich von den blauen Gorgonen. Die blauen Gorgonen sind eine Art Umweltsekte, wie wir sie vielleicht auch in der Realität finden. Da gibt es, wie bei Spirou, so oft immer mal wieder Anspielungen auf real existierende Organisationen und Wesenheiten und auch hier ist es nicht anders, denn die blauen Gorgonen, die haben natürlich einen ganzkörperblauen Latexanzug an mit Tentakeln auf dem Kopf und die crashen zum Beispiel Fartfood-Restaurants, weil sie sagen, also das ist alles sehr ungesund und nicht gut für das Weltklima und deswegen sprühen wir das ganze Burger-Restaurant voll mit blauer Farbe und Spirou und Fantasio geraten da so ein bisschen rein, speziell durch die Entführung von der jungen Dame, die da Filmaufnahmen hat und die gleich am Anfang von den blauen Gorgonen da entführt wird und versuchen, sich, ja, diese Organisation vorzuknöpfen, sich einzuschmuggeln, wie auch immer. An ihrer Seite ist die gute Stefanie, die wir auch schon als Nebenfigur aus vielen anderen Spirou-Comics kennen, speziell aus den alten, die sich als Reporterin natürlich auch versucht, da einzunisten und, ja, versucht, bei den blauen Gorgonen so ein bisschen aufgenommen zu werden. Das Ganze ist, wie schon erwähnt, mit vielen Anspielungen versehen. Es gibt eine Figur, die definitiv sehr stark an Donald Trump angelehnt ist und an seine Art, ja, wie er vielleicht auch die Welt sieht und, ja, also, schmackhaft machen wird für mich jetzt hier so ein bisschen schwierig, weil, also, es ist schon sehr abgefahren, was hier der Jan, also, der der Szenarist ist, gemacht hat. Da, puh, da passieren alle möglichen Dinge, inklusive Beteiligung eines amerikanischen Flugzeugträgers mit einer Mannschaft, die versuchen dann auch, die blauen Gorgonen zu jagen, hat natürlich auch der Trump-Ersatz so ein bisschen was damit zu tun. Wir sehen riesige Plastikinseln auf dem Meer, wie wir sie auch in der Realität haben, dass sich da halt der Plastikmüll sammelt und da passieren dann Dinge und da sind ganz, ganz viele Anspielungen auf, ja, das Thema, ich würde jetzt sagen, letzte Generation, aber halt alle in Latex und sehr gut aussehend und es wird auch keine Gelegenheit ausgelassen, verschiedene Protagonistinnen irgendwie in Badeklamotten zu zeigen, wobei man auch sagen muss, am Anfang sehen wir auch Spiro und Fantasio zumindest mal in Badehose, falls das bei irgendjemandem auf Interesse stößt und ja, da passiert schon sehr, sehr viel und optisch will ich das gar nicht so kritisieren, ob man jetzt so viel Bikini-Content da braucht, weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen zu übertrieben, aber das ist nun mal ein Markenzeichen von Dani auch und auch die üblichen Klischees, die Spiro immer so hat, werden hier sehr geritten, was mich ein bisschen irritiert hat, bei den Flugzeugträger, da arbeiten offensichtlich nur Afroamerikaner und hui, 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 wenn wir früher gesagt haben, Hergé hat die Afrikaner sehr, wie soll ich das sagen, klischeehaft dargestellt, muss ich sagen, die sind aber auch alle verdammt klischeehaft und austauschbar, die da auf diesen Flugzeugträger arbeiten, während die Damenwelt, da gibt es schon immer so Haarfarben mäßig, also da kann man deutliche Unterschiede erkennen halt so, wenn der Trump-Ersatz an seinem Pool liegt und da zehn Mädels um ihn rum sind, da ist jede sehr individuell, bei den Soldatinnen und Soldaten ist das Ganze dann nicht so sehr verbreitet und da warte ich ehrlich gesagt so ein bisschen, wann der erste Rassismus-Vorwurf da kommt, weil die, da ist die Grenze, glaube ich, mittlerweile sehr schmal geworden, wo man sagt, ist das jetzt rassistisch oder werden hier nur Klischees ausgeweitet, wie wir zum Beispiel beim Professor von Rummelsdorf, der auch natürlich eine Rolle spielt, sagen, er hat halt eine grobe Nase und er wird natürlich auch komplett übertrieben in allen dargestellt, weiß ich jetzt nicht, ob man das auf dem Flugzeugträger hätte auch machen sollen, also ich sage jetzt mal, das hätten sie eigentlich besser wissen müssen, nichtsdestotrotz finde ich den Band unterhaltsam, aber es ist jetzt kein Must-Have. Als Spiro-Fan hat man den sowieso, aber wenn ich jemandem sagen würde, lernen wir Spiro kennen und lieben, dann würde ich nicht mit diesen sehr abgedrehten und teilweise bisschen drüber stehenden Band konfrontieren, nein, da geben andere, obwohl das Preis-Leistungs- verhält, das ist natürlich super. Das war natürlich schon mal ein ganz herausragendes Argument, ich habe dann hier auch mal ein bisschen durch Leseprobe geklickt und sehe dann eine junge, attraktive Frau, die irgendwie einen Bürger vor der Kamera essen soll und dann eine Styropor-Packung ins Wasser wirft, da wird sie dann irgendwie beim Dreh unterbrochen, das sieht irgendwie alles ganz lustig aus, was aber eigentlich, wie ich finde, recht interessant wirkt, ist die Stilistik. Also insbesondere, dass die beiden Typen halt Fantasio und sein Kumpel Spiro, dass die vorn drauf als doch relativ maskuline Person zu sehen sind und eben nicht so als schlanke Jungs, das muss ich sagen, ist eigentlich mal ein cooler Ansatz. Ich mag das ja, wenn man so ein bisschen im Stil einfach und auch in der Darstellung der Figuren dann auch variiert. Sind das hier echte Kerle? Jein. Jein. Das was, wie definierst du echte Kerle? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Komm nicht zum Stich, falls du das fragen wirst. Echte Kerle ist natürlich schon so ein bisschen auch als Fangfahrer gemeint. Also was ist ein echter Kerl? Die Definition hier, der tut mir jetzt einen Teufel tun, das zu beantworten. Aber so ein bisschen kernige Actionhelden der 80er Jahre. Ja, also ich würde eher sagen nein. Also natürlich würden die es gerne sein und hier wird auch, er trägt zum Beispiel so eine amerikanische Lederjacke und sowas. Also ich weiß, worauf du so ein bisschen anspielst, aber sie würden das sein wollen, das klappt aber nicht so. Wir haben hier ganz, ganz viele Klischees, wie zum Beispiel die Generalin von dem Flugzeugträger, die erfüllt halt auch jedes Klischee. Die ist so wie bei DC, die, wie heißt die von dieser Geheimorganisation? Amanda Waller. Amanda Waller? Ja. So ungefähr in der Art ist sie bloß noch noch viel übertriebener und klischeehafter. So in der Art ist sie so ein bisschen und ja, also es gibt, es ist kein Actioncomic, also es ist im klassischen Sinne, sondern es ist halt wirklich typisches Funny-Material, was jetzt nicht so besonders überrascht. Aber echte Kerle in dem Sinne, wie ich das jetzt begreifen würde, nein, nein. Also dafür passieren dann doch zu viele Unglücke und Verwechslungen und so weiter. Es soll ja auch ein bisschen lustig sein und unterhaltsam und ja, das kriegen sie schon hin. Das Wort, das du gesucht hast, war Suicide Squad. Das war diese geheime Einheit von Amanda Waller. Ja, sie hat die dann gegründet, das stimmt, aber die gab's doch, die hat doch für irgendwas anderes noch gearbeitet, oder? Hm. Cadmus, Cadmus war sie dabei? Genau, genau, das war's. Da kommt wieder die Wand in der DC-Wikipedia vorbei. Ich hab das Ding mir zugelegt, nachdem ich erfahren hab, dass der Breedstorm den besprechen wird. Ein paar Sachen sind mir auch aufgefallen. Also teilweise ist er sehr, sehr parodistisch, gerade bei unserem Trump-Verschnitt hatte der was Mad-Artiges. Dann sind hier wirklich sehr, sehr viele Filmreferenzen abgefeuert worden und wo Andi gefragt hat, sind die Maskuliner. Phantasio ist hier zumindest irgendwo kompetenter. Also er hat sogar mal geschafft, einen Beitrag zu drehen, der auch gesendet wird, lustigerweise, er wird das immer wieder torpediert von einer Drohung der Gorgonen. Also du hast hier wirklich so einen Beitrag, der ist wie so eine Parodie auf das Masu Pilami. Nur ist das hier wirklich fast schon ein fetter Koloss, den du beim Paarungsverhalten siehst. wie er dann ein Krokodil umbringt und so. Also mal das Masu Pilami so gar nicht auf niedlich und fast schon auf hässlich getrimmt und dieser Beitrag wird immer wieder unterbrochen. Teilweise ist er schon haarscharf an der Parodie vorbeigeschrammt. mich haben die Farbigen teilweise echt an Baba von Asterix erinnert. Also dieser eine auf dem Ausguck, die immer kommen, die immer kommen. Da habe ich gedacht, wenn das bei Asterix schon so kritisiert wird, heilige Scheiße, die können sich auf was einstellen. Und dann gab es so ein paar Panels, da wurde wirklich fuck, 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 quasi so gesagt von ein paar Leuten, unter anderem von diesem Trump-Ferschnitt, wo ich dachte, ach, jetzt darf was Biro sogar geflucht werden. Ich fand den Comic nett, optisch bietet der echt einiges, die Klischees werden immer wieder schön durchbrochen. Irgendwo ist er dann darin gefangen, in seinen Francor-Belgischen Ketten, irgendwo muss es ein Spirou-Comic sein und für ein Spirou-Comic wird Spirou fast schon zu einem Nebendarsteller degradiert, deswegen ist der Comic für mich eher ein interessantes, schönes Experiment als ein Spirou-Comic. Würde ich den empfehlen, ja, aber nur Leuten, die sich mit Spirou ein bisschen mehr auskennen, die ein bisschen was Experimentelles wagen wollen. Ein paar Neueinsteigern, denen kannst du das nicht zeigen, die haben eine komplett falsche Vorstellung von Spirou und werden damit überfordert sein, weil gefühlt alle 20 Seiten auch die Figuren wechseln. Diese Gorgonen tauchen teilweise 20 Seiten nicht auf, Spirou ist hier ein Nebendarsteller, Phantasio ist fast schon kompetenter zusammen mit Stefanie. Irgendwo ist es eine seltsame Mischung und vor allem was mit dem Graf von Rummelsdorf hier machen. Es ist super weird. Also es ist echt schwer den Comic zu beschreiben, aber gerade deswegen ist er vielleicht interessant. Liebe Hörende der Comic Cookies, vielleicht noch ein kleiner nachgeschobener Disclaimer an der Stelle. Wir haben hier nämlich tatsächlich einige Fettnäpfchen mitgenommen, die so rassistische Themen angehen. Ich will einfach nur kurz dafür sensibilisieren. Also wir sind uns durchaus im Klaren, dass es Verzeichnungen gibt, die wir im Grunde nach nicht benutzen. Und wir sind uns durchaus im Klaren, dass wir immer von People of Colour und Persons of Colour sprechen. Aber so im Affekt, im gesprochenen, geliebten Comic-Wort, da ist das manchmal einfach schwierig, Worte wie diese zu benutzen. Deswegen sind ja auch andere Begrifflichkeiten gefallen. Das nur noch mal nachträglich als Disclaimer quasi für unsere Besprechung, für den Comic, von dem wir davon ausgehen, dass es durchaus passieren kann, dass Menschen sich an der Darstellung von Persons People of Colour ja letztlich reiben und da rassistische Stereotype bedient werden. Mal gucken, was so der Rest der Comic-Szene dazu sagt. Weiter geht es mit Strange Adventures Band 1 und 2 und das ist wieder so ein Tipp, so ein Hinweis, so ein von Fans für Fans der Hinweis, dass ihr unbedingt mal beim Discord-Server von den Jungs von POW vorbeischaut. POW, ein Comic-Podcast, die machen viele tolle Dinge in ihrem Podcast, was sie aber auch machen, ist eben diesen Discord-Server zu betreiben und dort kann man gebrauchte Comics aus der Community kaufen und ich habe hier für 25 Euro diese beiden Bände Strange Adventures Band 1 und 2 bekommen im Black Label bei DC beziehungsweise bei Panini erschienen im Jahr 21 war es gewesen 25 Euro, wo der einzelne Band ursprünglich schon 21 gekostet hat, das ist schon ganz okay von Preis her beziehungsweise 22 denn ich wollte unbedingt mehr wissen zu Adam Strange was wusste ich eigentlich alles zu Adam Strange Adam Strange ist so ein Typ der ist quasi Flash Gordon nur bei DC und er ist irgendwo auf einem anderen Planeten und er kann mit so einem Jackpad rumfliegen und es gibt noch diesen Rocketeer der ist auch noch dasselbe wie er ich weiß gar nicht wie er der erste oder der zweite oder der dritte war aber letztlich erleben die alle irgendwelche super strange Adventures auf anderen Planeten und ansonsten wusste ich zu Adam Strange nicht viel außer dass er eine Pistole hat und rumschießt und hin und wieder bei einem Crossover irgendwie auch einen Auftritt hat jetzt habe ich hier einen Black Label Comic gelesen wusste also schon okay das hat nichts mit der regulären Kontinuität zu tun denn ich glaube auch zuletzt war Adam Strange keine von den eher relevanten Figuren was aber natürlich auch viele Möglichkeiten eröffnet denn Tom King einer der herausragenden Lichtgestalten im DC Autoren Kollektiv der hat sich hier diesen Adam Strange geschnappt wir kennen ihn ja nun auch schon von vielen anderen Dingen er hat den Mr. Miracle beispielsweise gemacht er hat Batman geschrieben ich habe von ihm die Vision Serie gelesen er hat auch noch andere Sachen gemacht die wirklich total toll waren weiß ich Bescheid er hat vor allem das Supergirl Comic geschrieben das du vorgestellt hast ja genau und das fand ich ja auch geil das ist ja auch wieder soll es wieder so eine Vorlage sein für einen Film und so und deswegen hatte ich schon auch auf jeden Fall Bock mir hier mal anzugucken was er mit Adam Strange angefangen hat und ja das Ganze mit Mitch Gerrits und Evan Schainer zusammen die hier die Zeichnung übernommen haben wir bekommen hier eine Geschichte in 12 Issues präsentiert von diesen drei Personen und unsere beiden Zeichner die natürlich auch rein optisch gesehen in ihrem Artwork in ihrer Stylistik ganz unterschiedliche Wege gewählt haben haben deswegen hier ist es so Volltreffer weil dieser Comic quasi konsequent auf zwei Zeitebenen erzählt wird eine der Zeitebenen ist die die viele Jahre nach einem großen Krieg spielt unser Adam und seine Frau Alana die sind inzwischen auf der Erde angekommen auf der Erde sind sie jetzt irgendwie quasi heimisch und sie haben diesen Krieg überlebt der ganz krass war sie haben jetzt hier auch Memoir angeschrieben über das Leben von Adam Strange quasi wollen das verkaufen und am Ende des Horizonts steht er der große Krieg mit den Pückten das ist wohl ein außerirdisches Volk dieses Volk will die Erde angreifen und kleiner Spoiler im Rahmen der 12 Issues passiert das dann auch die komplette Justice League wird involviert und muss dann diesen Krieg quasi vereiteln wir haben natürlich tolle Auftritte von anderen Figuren die wir kennen ganz vorne mit dabei Batman ganz klar wir haben auch mal Green Lantern wir haben auch mal Superman und viele weitere aber ganz wichtig ist Mr. Terrific Mr. Terrific ist wieder so eine Figur die ich eigentlich nur so halb bis gar nicht kenne ja okay auch der ist bei den Justice League Unlimited Animated Series Sachen dabei gewesen und hin und wieder taucht er auch in anderen Sachen auf ganz aktuell habe ich mir zum Beispiel diese beiden Animated Filme angeguckt wo demnächst der dritte kommt Crisis on Infinite Earths da ist er wieder mit am Start und der Typ ist halt schlau der hat eine coole Maske auf trägt eine Lederjacke und der hat diese Kugeln die um den rumfliegen und den irgendwie Dinge machen können in diesem Comic sind sie damit beschäftigt ihm ständig irgendwelche Fragen zu stellen denn er ist wirklich ganz krass schlau wenn der also so beim Training ist oder rumschwimmt oder spazieren geht dann stellen die ihm irgend so eine Frage sowas wie keine Ahnung irgendein Zitat von irgendeinem Autorin oder Autorin die wir alle wie wir hier sind wahrscheinlich noch nie gehört haben geht zu drei Zeilen diese Kugel liest ihm das vor und er weiß natürlich genau wer das ist wo das herkommt aus welchem Buch und wann es erschienen ist kurzum das ist so eine Art Running Gag also kein Gag ist ernst gemeint wer wird Millionär in Krass er selber ist auch noch extrem sportlich und er ist Mr. Terrific und er ist eine geile Sau ich habe wahnsinnig viel über ihn erfahren ich kenne jetzt auch Teile seiner Origin das ist doch schon mal ein Checkmark mehr in meiner DC Wikipedia persönlichen Wikipedia abgehakt ja aber um ihn geht es gar nicht es geht eigentlich um Adam Strange wie kommt Mr. Terrific dazu denn Mr. Terrific soll ein bisschen recherchieren Batman der krasse Typ von der Justice League hat den hat den Auftrag von Adam gekriegt hier da ist jemand erschossen worden mit einer Laserpistole bei meiner Signierstunde von mir die Wahrscheinlichkeit das ist dass ich das war die ist sehr hoch aber ich war es nicht damit es aber alles fair und cool abläuft lieber Batman recherchier doch mal wir hatten diese Person mit diesem Laser was auch immer erschossen Batman sagt ja kriege ich raus will ich aber nicht machen weil ich bin ein guter Freund von dir und Mr. Terrific ist am Start und muss das klären das ist nur der Anfang von der Geschichte und der einen Zeitebene die andere Zeitebene ist die wo Adam und Alana auf dem Planeten oh Gott ist es ran ich glaube es ist ran ran heißt der Planet glaube ich wie die da unterwegs sind bei diesen Planeten gibt es nämlich auch gerade einen großen Krieg denn da haben die Püpten bereits angegriffen und die Püpten die machen nichts anderes als Vollgas alles auszurotten was daherkommt und wir haben in der zweiten Zeitebene quasi konsequent über alle zwölf Issues hinweg den eigentlichen Krieg und mit allem was da auch an posttraumatischen Ereignissen dann noch passieren kann und es gibt auch Tode und es sterben auch viele Menschen und Figuren allen Alters so viel sei mal gesagt und das Ganze wird dann insofern verknüpft dass Mr. Terrific aus der Zukunftszeitebene so ein bisschen recherchiert was ist denn damals im Krieg eigentlich passiert und recht schnell wird klar alle Beteiligten des Krieges haben letztlich Kriegsverbrechen begangen sowas wie ABC Waffen sind auch da haben auch da eine Rolle gespielt wie das halt so ist beim Krieg da gibt es eigentlich nur Verlierer und insofern wird halt ein bisschen recherchiert und irgendwann fallen Mr. Terrific einige Logiklücken auf in den Geschichten die er so rausbekommt was für Lücken das sind wer hier an was schuld ist und warum ganz am Ende eine wichtige Person stirbt das müsst ihr schon selbst rauskriegen und lesen was wir hier rausbekommen haben bei Band 1 und Band 2 von Strange Adventures erschienen beim Black Label wohlgemerkt alles komplett fernab der eigentlichen Kontinuität hier passiert nichts was in irgendeiner Form eure Justice League Serie oder Batman Serie beeinflusst wirklich nicht es ist cool mit den zwei Zeitebenen zeitweise fragte ich mich so ein bisschen worauf läuft das eigentlich hinaus warum ist Adam Strange dieser Typ der jetzt nicht so wesentlich viel mehr Oberarm hat als ich eigentlich so ein krasser Typ und warum mögen den alle und warum ist der scheinbar ein mega Kriegsheld und so das ähm joa müssen wir halt mal hinnehmen und auch wie er es dann schafft den eigentlichen Krieg auf Rand zu gewinnen müssen wir dann halt mal irgendwie so hinnehmen das ist auch ja wie gesagt akzeptiere ich halt und am Ende gibt es dann noch so zwei, drei Twists den wichtigen großen Twist den habe ich eigentlich ab Seite 10, 15 spätestens geahnt der ist aber auch gar nicht so die Überraschung die Überraschung ist nur eigentlich warum ist der Twist so wie er ist halt und das kriegen wir hier präsentiert es liest sich gut es liest sich die Dialoge sind wirklich wirklich stark also es sind sehr starke Dialoge wenn Alana beispielsweise diese längere Gespräche auch mit Mr. Terrific führt beide haben zum Zeitpunkt dieses Dialogs quasi ein Kind verloren ähm sind auf eine Art Sinnsuche äh sind grundsätzlich wären die schon befreundet würde der eine nicht gegen die andere gerade ermitteln und so das ist dann schon schon eigentlich das sind coole Dialoge auch so die Frage Alana Strange die ähm jung sportlich tough fit die raucht die ganze Zeit warum macht die das eigentlich das macht die weil die mit dieser verpesteten Luft auf der Erde nicht klarkommt und besser atmen kann wenn sie raucht und das ist also einer von vielen Dingen die wir hier so kriegen wo du denkst ach ja ist ja cool oder auch so Name Dropping da wird dann plötzlich der Red Tornado mal gedroppt mit dem Adam Strange sich jetzt aus Gründen nicht mehr treffen kann und so das ist alles alles ganz fein und so kann ich im Endeffekt sagen ich bin voll froh hier 25 Euro dieser ganzen Ausgaben bekommen zu haben tolles Preis-Leistungsverhältnis sind gebraucht in neu weiß ich nicht weil ich sage ich habe Vision deutlich besser in Erinnerung ich habe noch immer nicht den Mr. Miracle Megaband gelesen der herausragend gut sein soll und ich fand ja auch Supergirl im Grunde nach geil ich habe da so ein paar Szenen zitiert da geht es auch um Kriegsverbrechen um schwere ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit wenn man so will die waren allesamt noch ein bisschen beeindruckend als das was wir hier haben gerade wenn wir auch diesen eigentlichen Krieg haben auf Rann wo er dann letztlich ja verschiedene Völker von Rann zusammenbringen muss um halt nochmal einen letzten großen Schlag gegen die Pückten und so das ist alles so ein bisschen ja okay klar geht es noch irgendein geheimnis verstecktes Volk irgendwo im Wasser im Berg hast du nicht gesehen das ist ein bisschen schwierig und ich finde auch gerade so einer wie Tom King der ständig wenn man über ihn reden muss müssen ja alle erzählen dass er beim FBI war oder irgendwie Profiler war oder so dass gerade so einer durchaus noch ein bisschen mehr Charaktertiefe und ein bisschen mehr posttraumatische Belastungsstörungen zum Zentrum der Figuren hätte machen können das hätte ich vermutlich noch ein bisschen spannender gefunden insofern sind es wenn wir diese Punkte geben wollen schon immer noch dreieinhalb von fünf Punkten aber halt die alle anderen Reihen würde ich eher noch eher noch empfehlen im Gegensatz zu Batman Tom King Batman war gar nichts finde ich das war also die Catwoman Geschichte habe ich glaube ich vorgestellt das war ganz nice aber so die Hauptreihe das war Müll das war gar nichts das war einfach nicht Batman aber das hier das ist schon ganz nice und trotzdem noch das Schwächste von ihm was ich zuletzt so gelesen habe und lieber Patrick ich weiß du hast es auch gelesen ich habe gemeint ich werde es heute vorstellen du meintest ach jo kann man gemacht haben was hast du denn noch in Erinnerung von den Strange Adventures dass Tom King hier eher fast schon interstellares Familiendrama auch fährt das mochte ich an den Comic sehr und er hat hier auch so eine Biografie geschrieben dass diese Erinnerungen natürlich komplett clashen mit dem was wirklich passiert ist beziehungsweise wenn man sagen würde das ist arg beschönigt das wäre noch eine Untertreibung also er hat auch sagen wir mal blutige Hände ich mochte auch dieses Spiel mit den Zeitebenen klar wissen wir wie das passiert ist aber die Charaktere die waren so gut geschrieben dass du gedacht hast der scheiß drauf ich will jetzt trotzdem wissen wie ist es passiert und wenn du diesen Twist wirklich sehr sehr schnell geahnt hast und gerade diese Retro Schiene die hier aufgefahren wird manchmal wirklich aufgesetzt hier hat die sich organisch in die Story eingefügt ich fand wirklich Miracle Man und Strange Adventures die fand ich zusammen mit Supergirl überragend dass sein Batman Run dass er dafür selber auf den Deckel bekommen hat das wissen wir dass du auch den Batman Catwoman Comic von ihm wirklich gut fandest ab einem gewissen Punkt wissen wir aber das ist herrlich nostalgischer DC Kram gerade weil der so löst gelöst war war das für mich so ein starker Comic weil ja es ist nicht umsonst Black Label das hätte auch ein guter Vertigo Comic sein können mir fällt auf dass gerade diese losgelösten Charaktere dass die in letzter Zeit bei mir deutlich mehr Punkten weil da eben nicht durch Helden Event XY warst ach dahin geht's mit der Person deswegen ich fand den wirklich sehr sehr unterhaltsam wenn auch eins seiner schwächeren Projekte und da klammern wie Batman jetzt aus aber ich fand den spaßig und das Preis-Leistungs-Verhältnis wäre knapp 21 Euro für Band 1 und 19,99 für Band 2 also du hast ungefähr die Hälfte gespart das mal knapp die Hälfte dann hättest du Portal-Kosten zahlen müssen deswegen ja auch eine schöne Empfehlung von mir und das Cover deutet es ja auch an also vom ersten Band wo du auf der einen Seite dieses fröhliche hast und auf der anderen Seite wurde schon reingekritzelt und dann steht dick und fett Liar drauf schönes interstellares Familiendrama mit DC-Bezug hat mir sehr gefallen schönes interstellares Familiendrama alter Falter ich weiß gar nicht ich muss mir die Titel hier mal aufschreiben die werden alle recycelt ja guckt mal rein bei Strange Adventures oder lasst es sein wenn ihr keinen Bock habt auf eine Geschichte von dem Typen der sonst nirgends eine Rolle spielt es ist der Zeitpunkt gekommen da müssen wir mal wieder über DC reden in unserer Cookies Code Authority hier und jetzt bei der Cookies Code Authority haben wir uns gedacht wir besprechen mal einen Comic den wir unbedingt besprechen müssen weil das so einer ist den haben irgendwie alle gelesen ich weiß noch genau ich hab damals 2013 sehr intensiv angefangen Comics zu lesen und intensiv Comics zu lesen heißt ich hab mir 3-4 Jahre lang eigentlich nur DC am Stück gegönnt und da war natürlich auch All-Star-Superman mit dabei Autor ist in dem Fall niemand geringeres als Grant Morrison und ich hab jetzt hier leider gerade mein Hardcover beziehungsweise nicht Hardcover ich hab ein Softcover gehabt mein Sammelband meinen aktuellen mega super duper Sonderband nicht am Start den hab ich mir nämlich auch gebraucht wieder beim Discord-Server von Paul Comics geholt gibt's auch bei Nextory hab ich gesehen ich krieg kein Geld dafür aber ich muss das schon mal erwähnen da kann man echt ein bisschen sparen wenn man ja hin und wieder mal da auch was kauft und All-Star-Superman gilt so ein bisschen als wirklich so einer der großen eine der großen Geschichten der Superman-Geschichten es ist ja immer so ein bisschen schwierig was zu schreiben und ich werde gleich den Breedstorm danach fragen worum es überhaupt geht in All-Star-Superman aber es ist immer ein bisschen was schwierig zu schreiben was spannend ist zu schreiben über eine Figur die ja mehr oder weniger naja unsterblich ist die eigentlich tun lassen kann was sie will so richtig passieren tut dir nie was es gibt andere Figuren die will sie beschützen gerade Louis Lane und so wir kennen das alles aber wenn dann so Leute zusammenkommen wie eben Grant Morrison und wie eben auch Frank Whiteley der hier die Zeichnung macht unterstützt von Jamie Grant dann ist das schon was da guckst du mal genauer hin und verarscht ich will es gar nicht von dir wissen Breedstorm lieber Patrick erzähl du doch mal wovon handelt eigentlich All-Star-Superman ja durch ja durch einen ziemlich hinterlistigen Plan von Lex Luthor ist es passiert dass Superman mit Sonnenenergie überladen wurde und er jetzt quasi stirbt beziehungsweise vor sich hin vegetiert und in seinem letzten Jahr versucht Superman so ein paar alte offene Sachen zu klären und eben Lois Lane nochmal so ein bisschen von sich zu überzeugen beziehungsweise er will nochmal eine letzte schöne Zeit mit Lois Lane verbringen ja es ist Supermans letztes Jahr und er versucht das schön rumzubringen aber natürlich pusht Lex Luthor und so ein paar andere Bedrohungen mit rein die wir von Superman natürlich kennen also im Prinzip haben wir hier die Konstantin-Version von Superman weil auch hier stirbt Superman mal und er muss dabei irgendwie zwölf Prüfungen bestehen das hab ich so gar nicht verstanden versucht mitzuzählen ich komm nicht auf zwölf komm die auf zwölf Prüfungen nein er betont ja wirklich kurz vor Schluss ach ich bin jetzt bei Prüfung Nummer 8 ja wenn du jetzt anfängst zu zählen dann zähl uns quasi nochmal den Countdown runter ich hab's auf der einen Seite nicht verstanden ja und dieser Comic wurde für zwei äh hat zwei Eisner Awards bekommen das steht nicht auf dem Cover wieso wurde der Eisner Award wirklich diese Comic Auszeichnung schlechthin ist wieso steht das hier nicht drauf das wissen bestimmt Leute die besser informiert als wir aber Patrick der Grund warum ich das ja ursprünglich vorgeschlagen hatte das ist ja tatsächlich der dass der gilt als Vorlage für den nächstes übernächstes Jahr startenden Superman Film von James Gunn es gibt ja so ein paar Comics die sind gejobbt worden dass sie quasi Vorlagen sein sollen für die kommenden Filme und es gibt jetzt auch schon ein ganz aktuelles Bild vom Superman wie er irgendwie da sitzt die Schuhe schnallt im Hintergrund ist irgendwas zu sehen das wird vermutlich Brainiac sein ich vermute auch dass es Brainiac ist aber es kann ja wenn überhaupt nur Teilaspekte haben denn das ist ja eine Geschichte die ist ja angesetzt zu einem Zeitpunkt da ist Superman viele 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 Jahre schon im Dienst er ist durch und durch am Ende seiner Karriere man könnte sagen beim Höhepunkt dann gibt es diesen Vorfall und es nähert sich quasi sein Ende und es werden verschiedene Figuren vorgestellt die man mal mehr mal weniger kennt und ich rede da nicht von Louis Lane ich rede da zum Beispiel auch von Atlas oder von irgendeinem anderen Samson und Samson genau die sind alle voll krass und voll stark und die können die ganze Zeit irgendwo draufhauen und so das ist ja mega aber wir haben natürlich auch eine Handvoll Auftritte anderer Figuren und wir haben aber auch ganz neue Figuren wie diesen komischen Geschäftsführer von dieser Technikfirma auf dem Mond oder Mars der in diesen Regenbogenklamotten und so den hat man ja vorher glaube ich vermutlich nirgends gesehen also kurzum die Serie die ja offensichtlich auch ein Stück weit sprunghaft erzählt hat wird weil wir eben gerade nicht auf diese zwölf Missionen oder Aufgaben kommen die setzt schon voraus dass man sich recht gut auskennt im Superman-Universum würde ich jetzt mal behaupten äh hast du den Eindruck auch Patrick? das ist es nämlich wenn es menschelt dann finde ich den Comic richtig gut ne ist er teilweise nur wirklich arg abgedreht manche Charaktere kommen mir sogar ein bisschen arg verfremdet vor also Perry White wie der mit Clark Kent umgeht da dachte ich mir mein Gott ist der teilweise boshaft wie er Clark Kent da hinterm Rücken anzündet sich den Arsch ablacht da dachte ich wieso halt Clark Kent jetzt so ewig lang hier aus in der Gruppe also oder auch wie hier Jimmy Olsen da mit seinen Klamotten da rum experimentiert und teilweise nicht wieder zu erkennen ist Achtung Spoiler kurzzeitig sogar zu Doomsday wird an manchen Stellen ist es mir so überdreht dass ich mich frage woher kommen die zwei Eisner Awards und dann gibt es so diese emotionalen Momente dieser schöne Kampf zwischen Lex Lufa am Ende wo ich denke ja davon hätte ich gern mehr gesehen aber nicht von dieser Bizarro Welt auch nicht unbedingt jetzt von den Kryptoniern die die Erde angreifen wollen und dann halt bewusstlos auf die Erde klatschen irgendwo ist das für mich ein bisschen abgehakt und unausgegoren aber in den emotionalen Momenten punktet der Comic dann doch für mich ja tatsächlich finde ich auch dass es sehr schwankt es gibt sehr starke Ausgaben ich finde unter anderem diese erste oder zweite Ausgabe die komplett mit Louis Lane ist und wie sie letztlich dann ja also ich möchte dich zu weit auswählen aber seinen Alltag besser kennenlernen und durchaus auch mal einiges über ihn erfährt und auch über sich selbst was ich vorher nicht wusste das fand ich herausragend gut aber es gibt wirklich auch die von dir genannten wie ich finde deutlich deutlich schwächeren ja Issues innerhalb dieses Sammelbandes aber lieber Breedstorm wir wollen dich auch mal zu Wort kommen lassen wie sind so deine Eindrücke von diesem nun ja Klassiker der Superman Historie Ja ich habe den damals gelesen als er zum ersten Mal auf Deutsch rauskam in diesen Prestigespenden war das glaube ich in meiner Erinnerung und das was er Patrick jetzt kritisiert hat dass er manchmal so drüber ist oder so das hat mich tatsächlich an meine Anfänge mit Superman erinnert also ich mutmaßlich habe dir so mit mit Dino angefangen Superman zu lesen ich hatte aber ganz ganz viele EH-Paar Sachen aus den 70ern tatsächlich schon von meinen älteren Cousins die ich dann in den 80ern gelesen habe und da gab es nur abgedrehte Krams in dieser also da war Superman einfach eine riesige Experimentierfläche für lustige Sachen jede Episode ist was anderes mit den Kräften passiert ganz ganz seltsame Sachen und deswegen waren da ganz ganz viele Anspielungen auf diese Phase von Superman drin die ich jetzt so mit den 60er 70er Jahren mit den US-Sachen wahrscheinlich die dann in den 70er 80er Jahren in Deutschland rausgekommen sind damit assoziieren wollte und deswegen habe ich mich da gleich wohl gefühlt weil ich dieses abgedrehte da sehr mochte es stimmt es ist teilweise etwas verworren also ich weiß nicht ob da der rote Faden immer so durchgezogen hat aber insgesamt habe ich das damals total gemocht aber ich habe halt auch den Background dass ich ja meine ersten Berührungen überhaupt mit Superhelden auf ihr Haberbasis wirklich solche abgedrehten Superman-Stories waren und da fühlt man sich gleich wieder so ein bisschen zu Hause hat nur noch gefehlt dass Baby-Superman auftaucht und aus dem Kinderwagen rausfliegt solche Geschichten gab es halt auch ich kann es verstehen bestimmt wurde hier wirklich so ein Best abgefeuert gerade wenn bei Ors der Superman den Superman hier im Sterben liegt und quasi nochmal sinniert ja was macht sie denn aus ja vielleicht haben wir da viele Anspielungen einfach nicht mitbekommen weil Andi und ich haben wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte weniger als du gelesen ja das stimmt schon tatsächlich ist es vermutlich wirklich dieses Best-of-Ding also wenn man schon sehr viel länger dabei ist dann kann man vermutlich da auch Aspekte wiedererkennen die einfach einfach schon ein bisschen älter sind die es so heute in der Form nicht mehr gibt und dann wäre es natürlich eher so ein Aspekt der für den Comic spricht ich muss sagen ich weiß auch nicht so genau was ich eigentlich vom Artwork halte ja Frank Whiteley ist herausragend aber insbesondere die Kolorierung ist mir weitestgehend zu flach das ist nicht unbedingt schlimm aber es fällt mir auf also dafür dass es echt so ein Highlight-Ding sein soll weiß ich also weiß ich nicht ich kann mir vorstellen dass wenn wir uns jetzt beispielsweise mal diesen Doomsday Clock angucken den ich auch noch nicht gelesen habe Patrick kennt den dass Doomsday Clock deutlich hübscher ist oder? ja wobei ich sagen muss dass bei der Sache mit Beleuchtung da trumpft dieser Comic aus in der Kolorierung ja natürlich hat der Doomsday Clock Comic so ein paar bessere Kolorierungen aber ich mag Frank Whiteley's Artwork trotzdem gerade wenn er da mit der Sonne kollidiert beziehungsweise mit den Planeten da Sachen passieren die Beleuchtung ist teilweise durch die Kolorierung schon sehr sehr schön gemacht also ich kann die Kolorierung nicht wirklich kritisieren die ist dafür dass das jetzt auch einige Jahre auf dem Buckel hat wirklich top da kannst du noch eher Lobo angreifen als den aber natürlich sind wir verwöhnt mit aktuelleren geilerem Artwork beziehungsweise aufwendig kolorierteren Artwork wobei ist es jetzt aufwendiger wenn es am Rechner entsteht oder wenn die Leute sich da per Hand quasi die Finger wund gezeichnet haben das ist jetzt die Frage ich frage mich halt wiefern könnte das die Vorlage für den Film sein James Gunn ist dafür bekannt dass er abwechslungsreiche detailverliebte Fanservice Filme machen kann die aber auch extrem wie gesagt spaßig daherkommen die aber auch so ein bisschen so wie also für Fans halt sind und so für Fans ist dieses Ding halt auch ich trage unfassbar viele Figuren auf mit Gadgets beispielsweise die Uhr von Jimmy oder was weiß ich wenn wir in der Festung der Einsamkeit sind und sehen da halt irgendwelche Dinge rumstehen die halt schon auch aus anderen Geschichten irgendwie eine Rolle gespielt haben ist das vielleicht das was den Film dann was für den Film sprechen könnte wir sehen einen Superman der seit vielen Jahren bereits im Geschäft ist und der wir sehen dann meinetwegen auch mal die Festung der Einsamkeit in einer Interpretation und da Dinge rumstehen die man halt total cool findet wenn man das schon seit 100 Jahren liest und so ist das die Richtung die wir da erwarten können nee ich würde sogar sagen James Gunn sieht ja in vielen Sachen auch in wirklich obskuren Guardians aufs Galaxy Comics von den 70ern 80ern er sieht da die menschliche Komponente wahrscheinlich mag er diesen menschlichen Aspekt der hier benutzt wird also vielleicht will er wirklich hier eine menschlichere Version von Superman zeigen weil wir sehen hier auch einen Clark Kent wenn er Clark Kent ist dann spielt er wirklich extrem vertrottelt also dem fällt alles hin der stolpert es ist wirklich seltsam wenn er Clark Kent spielt dann ist er wirklich so ein komischer fast fast schon wie ein Redneck der einen auf kultiviert machen will und wenn er Superman ist dann wird er auf einmal zu der überlebensgroßen Figur und auch das wird einmal sehr sehr sarkastisch kommentiert wenn die quasi ich zitier es nur sinngemäß sagen hm ja cool Superman du hast jetzt Clark Kent sehr sehr überzeugend gespielt aber dein Arsch sah viel zu gut aus wo ich dachte wie oberflächlich seid ihr also für mich hat das den Daily Planet in dem Comic wirklich ein bisschen madig gemacht weil die teilweise wirklich sehr sehr verächtlich sind was ich halt schon krass finde ist wirklich wie dieser Bruch hier zwischen Superman und Clark Kent gut funktioniert wir sehen das auch in den Anlagen zu dieser Edition die ich da halt habe wie Quietly hier zum Beispiel in der in der Haltung der Figur auch Unterschiede macht er läuft nämlich als Clark er gebückt er krumm er nach unten guckend er so duckmäuserig halt ne in einem großen Anzug der tendenziell auch zu groß ist damit sieht er ein bisschen affig aus und so und als Superman natürlich die aufrechte breite Figur die selbst in dem Anzug der auch sagen wir mal zumindest anders geschnitten ist als die Version die wir heutzutage so sehen nämlich heute sind sie eher so enger körperbetonter ein bisschen Space Fancy Science Fiction da ist es in dieser Ausgabe tatsächlich einfach wirklich ein schön wunderschöner enger Schlafanzug aber der sieht natürlich deutlich anders aus als als Clark Kent einfach aufrecht zum Beispiel das macht schon viel aus und diese Unterschiede da klar zu machen das ist hier wirklich sehr gut gelungen wie ich finde vor allem durch Clark Kent entsteht wirklich sehr sehr viel Slapstick also der Comic hat durch ihn wirklich sehr sehr viel Slapstick was du in so einem Superman Comic auch relativ selten siehst also die stellen diese Vertrotteltheit wirklich sehr sehr gut da wirklich über mehrere Wege du siehst ihn hier mehrfach stolpern beziehungsweise so ungeschickt fallen das ist ja auch so dieser Kontrast Superman kann wirklich gut fliegen und Clark Kent der stolpert die Masts hat hier wirklich sehr sehr ungeschickt durch den Comic ja auch die Interaktion mit Alex Luthor die du angesprochen hattest ist im Grunde nach ganz gut wobei das ist immer so ein bisschen dass ein Mensch solchen Intellekts da nicht irgendwie Parallelen ziehen kann zwischen Superman und ihm das ist mehr also das muss man halt dann hinnehmen Comic Logik halt ne eine Supergirl finde ich hat hier noch gut reingepasst oder sehen wir das und ich hab's übersehen nein wir sehen es nicht wir haben hier wirklich gefühlt viel zu viel Zeit mit anderen Kryptonian und diesen ganzen bizarros also wirklich der Justice League bizarro verwendet und auch da Achtung Spoiler ich hab mich gewundert wieso ist hier keiner bei Supermans Beerdigung also gefühlt kaum ein bekannter sehen wir die überhaupt Supermans echte Beerdigung oder meinst du einen anderen Superman nein aber wenn aber Superman sogar Loris hat erfahren dass er stirbt dann wird die halbe Justice League erfahren haben dass er stirbt wieso schaut dann keiner vorbei ich meine jeder hat schon mal diesen Fall im Freundeskreis gehabt dass jemand gestorben ist dann schaust doch mindestens mal vorbei aber die Justice League schaut nicht bei ihm vorbei aber du wir sehen das doch gar nicht wir sehen keine Beerdigungsmomente das wird übersprungen er stirbt zack Schnitt und dann sehen wir danach aber wir sehen die ganzen Traumomente sehen wir alle gar nicht wir sehen es einfach generell nicht es ist nicht Teil dieses Comics ich finde es trotzdem seltsam dass niemand wenn er erfährt dass Superman stirbt ja wir sehen die Beerdigung nicht aber die werden es alle trotzdem irgendwie erfahren haben wenn es eine Lois Lane erfährt wenn es Perry White erfährt wenn Superman das quasi die ganze Zeit auf seinen Desktop hat Supermans Tod beziehungsweise Clark Kent hat hier die ganze Zeit diesen Artikel auf seinen Desktop Superman stirbt also erfüllt hier auch diese Zeitschleifen Funktion okay dann ist das auch ein Kritikpunkt dass wir hier Supermans Beerdigung nicht sehen aber ich mag diesen Hoffnungsschimmer am Ende der dann passiert wenn sie Projekt Superman da haben und ihn quasi wiederbeleben müssen es gibt auch einen Animated Film der hat so ein paar der für mich viele Episoden ausgeklammert der hat es quasi auch das Wesentliche reduziert den fand ich auch gut auch wenn da so ein paar Sachen gefehlt haben beziehungsweise die emotionale Komponente aber an sich hättest du hier emotional ein bisschen mehr rausholen können da sind wir uns hoffentlich einig was wir heute vielleicht auch ein bisschen hätten emotional mehr rausholen können ist der liebe Breedstone du hast dich bis hier zurückgezogen jetzt wir haben dich auch ein bisschen ausgeklammert erzähl mal hättest du Spaß beim Lesen ist das so ein Comic wo du sagst auch da würde ich auch noch eine Fortsetzung lesen oder ich will das als Kino Umsetzung sehen was meinst du also ich will generell gar keine Kino Umsetzung von Superhelden Sachen sehen die mir gefallen haben weil die können da nur nach hinten runterfallen für mich war das zum damaligen Zeitpunkt ein guter Comic den ich mochte und ich finde es auch immer gut wenn solche Sachen abgeschlossen sind weil bei Superman habe ich immer das Problem dass ich das als Kind wirklich richtig geliebt habe das waren aber auch immer sehr abgeschlossene Sachen also da gab es vielleicht mal mehr Teiler da drin aber es war immer sehr abgeschlossen und ich habe jedes Mal wenn ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten muss ich jetzt sagen versucht habe wieder irgendwo einzusteigen was Geiles zu finden was über eine Miniserie hinausgeht da bin ich leider nicht fündig geworden ich hatte so viel Hoffnung was weiß ich New 52 und wie sie alle hießen also aber nichts hat mich lange genug fesseln können an der Figur und das ist halt wirklich traurig und ich ja vielleicht sehne ich mich manchmal wirklich nach dem nach dem dümmlichen aber ideenreichen Superman schreibe gezeichnet keine Ahnung von Kurt Sven und solchen Menschen einfach zurück wo einfach alles möglich war und im nächsten Comic war wieder alles resettet und gut ist und nicht tausend Nebenfiguren die unbedeutend sind und nach den nächsten Crisis wieder weg sind eingeführt aber vielleicht liegt auch da das Problem begraben dass so ein überpowerter Charakter wie zum Beispiel Captain Marvel oder Hulk oder bei Superman da ist es wirklich extrem schwer eine Story mit einer Fallhöhe zu schreiben deswegen wir uns auch wirklich an solche Storys wie Kingdom Come klammern oder whatever happened to the man of tomorrow wo wir wirklich mal sowas erleben wo Superman auch ein bisschen was wie so eine Bedrohung erfährt Ja Der Vergleich mit Hulk ist natürlich wieder der Hulk ist ja eine Schwäche an sich also da ist ja schon alles schwierig aber Superman ist durch seine ja Omnipräsenz und Übermächtigkeit wirklich schwer anzugreifen außer mit Kryptonit und Magie also das das hat mich als erwachsenen Leser weitaus weniger abgeholt als als Kind muss ich sagen Ich frag mich halt ob man aus anderen Themen mehr machen könnte klar okay er ist halt dieser Mann aus Stahl schon klar aber wir haben ja vor kurzem der Pettig und ich nochmal komplett Invincible gelesen beziehungsweise auch länger drüber gesprochen und Invincible ist ja ab dem Zeitpunkt eigentlich deutlich interessanter als Superman wo er selber Verantwortung übernehmen muss zur Verantwortung für mehr als nur sich selbst und mehr als auch nur die Menschheit insbesondere diese familiären Punkte wir haben bei Superman auch immer wieder familiäre Aspekte also ja er hat Kinder verschiedene je nachdem was für Versionen man so liest es gibt verschiedene Familienmitglieder da rede ich nicht noch von Lois da rede ich auch von seiner Cousine da rede ich aber eben auch von ja letztlich ist er auch mal ein Superboy aus anderen Dimensionen am Start und so weiter und so weiter und so weiter aber es wäre eine Richtung die ich mir für den Pfadfinder durchaus noch vorstellen kann nämlich dass er in irgendeiner Form eine Verantwortung langfristiger Natur übernehmen muss wir kennen ja auch diesen Superman One Million also Superman ist irgendwie eine Million Jahre in der Sonne oder so und das ist halt voll krass wenn auch immer das spielt alles Elseworld keine Ahnung das ist ja schon einfach eine Figur die Verantwortung auch fernab der Erde übernimmt die auch für die Zukunft eine Verantwortung übernehmen kann die könnte eine quasi Armee aufbauen oder eine Kultur aufbauen die könnte ihre Fähigkeiten auch nutzen um der Zivilisation welche auch immer langfristig irgendwie entgegen zu kommen und da was zu fördern da sehe ich noch durchaus Potenziale und natürlich kann sie nebenbei noch irgendeinen Space Alien verprügeln meinetwegen aber lass doch mit der Figur mal bitte eine Geschichte erzählen die ihr Verantwortung gibt die über Louis und Menschheit retten hinaus geht wenn man groß denkt und das muss man bei Superman halt dann wäre das noch ein Weg wo ich mir vorstellen kann dass der in irgendeiner Form spannend wäre meinetwegen lass den doch irgendwann hat er mit der Legion ja zu tun die Legion der Superhelden die in den späten Zukunft relevant wird und so und auch da gibt es querverweise mit Supergirl und Brainyc Pfeif und so weiter aber lass den doch da mal irgendwas reißen oder meinetwegen noch danach oder so was weiß ich lass den eine Art Green Lantern Korb in anders gründen oder was auch immer vielleicht ist das nochmal ein Weg ich weiß es nicht vor allem bei Legion würde er ja mit Lobo kollidieren zeig uns auch das ist ja auch mal der Wechsel so ein alter so ein bisschen bei King den Kamp haben wir das ja in Teilen gesehen aber so ein alter gesättigter müder Superman der eine Sinnlosigkeit in seiner eigenen Existenz und meinetwegen auch in der Existenz anderer Figuren meinetwegen der ganzen Menschheit erkannt hat den nicht mehr so viel hinterm Ofen hervorlocken kann oder so vielleicht so was in die Richtung wäre das nicht was und bitte beraubt ihm nächstes hundertste Mal seiner Kräfte das langweilt mich auch wie die Sau das ist irgendwann hat er sie halt wieder und das ist wieder alles wie früher ein Oldman Superman ja meinetwegen das ja genau warum ich das ja und da muss ich auch sagen ich finde ich mag auch Lex Lufa irgendwie so Michael Rosenbaum als Lex Lufa fand ich wirklich super gerade diese emotionale Komponente ja ich auf mich jetzt ich hab Smallville damals geschaut und ich mochte es dass Superman damals quasi zurück auf die Erde geholt wurde dass er menschlicher war dass er angreifbar war dass er irgendwelche Schwächen hatte es fehlt den aktuellen Superhelden Superman Comics aktuell wirklich komplett auch aktuellen Superhelden Comics fehlt es da sind die Helden mir teilweise zu glatt geleckt ja Schwächen und Schwächen weiß ich nicht wir hatten alle schon mal phasen mit Schwächen Schwächen natürlich aber gibt den Superman steckt heute das keine Ahnung Superman entdeckt in der nächsten Ausgabe Tabletop Spiele und wir sehen wie in deinem Kopf die krassesten Tabletop Games aller Zeiten stattfinden das für sechs Issues lang sowas halt keine Ahnung irgendwas mit Tiefer aber keine Ahnung das führt glaube ich zu nichts und unter Umständen will das auch niemand außer mir lesen merke ich vielleicht gerade wollen wir das gerade hatten dann wäre ich von meiner Seite aus übrigens auch fertig ich möchte noch einen Podcast Tipp hinterlassen wo du gerade den Michael Rosenbaum erwähnt hast das ist einen ganz tollen Podcast Inside of You heißt der und da interviewt er ziemlich regelmäßig Stars und Sternchen von auch der Serie die ihr geguckt habt da gibt es inzwischen 317 Ausgaben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und das sind wirklich ganz tolle Dinge auch zu ja einfach dem Nerd Spektrum und den letztlichen Schauspielern die da unterwegs waren hört mal rein bei Inside of You war es glaube ich ganz toll Ey der Podcast macht Spaß vor allem weil Michael Rosenbaum wirklich mittlerweile aussieht wie so eine Charlie Brown Version also im Tarn ist es halt kaum wieder zu erkennen und dann wirklich regelmäßig mittlerweile mit Tom Welling also mit Superman schlechthin äh nicht schlechthin mit Superboy war es ja damals sich unterhält und mit der halben Crew und dann Lois Lane dazu holt und andere Castmember es macht Spaß es ist ein kleines nerdiges Spektakel kann man empfehlen wenn ihr Smallville damals ähnlich wie wir geschaut haben lieber Patrick lieber Breedstorm ich bin im Urlaub und jede Minute hier kostbares Geld für das ich teuer bezahlt habe haben wir noch was oder sind wir fertig für heute hau doch noch mal Empfehlung zu Erlang raus hau doch noch mal Empfehlung zu Erlang raus ich habe eine neue Sache die Jungs von Power Comics machen nämlich richtig tolle Sachen da habe ich mega Bock drauf unter anderem werden die auf der DATEV Stage sitzen ist auch wieder so ein Ding warum verdammte Axt sind die Inhalte der DATEV Stage noch nirgends online zu sehen ich kann das beim besten Willen nicht nachvollziehen Fakt ist allerdings dass die auf der Bühne sitzen und die sitzen auf der Bühne der DATEV Stage und werden da zusammen mit dem Steffen Volkmann mit der der auch regelmäßig dort zu Gast ist wieder so eine Analyse machen irgend so einen Film haben die besprochen oder werden die besprechen welchen haben sie glaube ich noch gar nicht gedroppt und das wird hoffentlich ganz toll ich versuche das hier gerade rauszusuchen um nicht total unvorbereitet zu wirken und überspiele schon die ganze Zeit dass ich hier bereits auf dem LinkedIn Account von Andreas Wolf bin wo ich jetzt auf das vollständige Profil klicke um dann wiederum zu sehen dass hier der Moment gekommen ist wo ich den Scheiß Termin rausgekriegt habe die sitzen auf der Bühne und machen Dinge das wird voll schön da Save the Date am 31. Mai auf der DATEV Stage und um 16 Uhr kommt er mal vorbei Steffen Volkmann ist auch am Start genau wie der Mattis und eben der Andreas der Emo scheint es nicht zu schaffen ja das wird was das kann ich noch empfehlen alles andere habe ich in der letzten Ausgabe erwähnt wenn ihr Zeit habt kommt gern von 9 bis 12 Uhr in der Altstadtmarktpassage vorbei dort hängt ein großes Banner vom Tele-Stammtisch ich führe dort alle 4 Tage Interviews mit den Stars und Sternchen ist wirklich geil ich habe 36 Stunden gebraucht um 36 Interview Slots zu füllen und es haben sich wirklich alle proaktiv bemeldet also es kommen wirklich also es kommen alle vorbei ich habe noch so viele Anfragen offen die ich jetzt irgendwie nachmittags rein quetschen muss es wird ein volles Programm es wird voll geil und ich habe Stühle vorbereitet und meine Stimme ist mega angekratzt das konnte ich in der Ausgabe glaube ich gut übertünchen aber es gibt Kamillentee für alle ja so Leute war schön bis dahin und wenn ihr uns seht also Breedstorm Andi und mich sprecht uns von mir aus auch Komet-Empfehlungen oder Grüße an wir haben natürlich alle mal ein Mikro dabei Tschüss Breedstorm Tschüss Patrick Tschau Anziosas